So, wir haben jetzt die ganz wunderbaren Mädels von Five Souls. Den Kanal habe ich ja lieben gelernt für mich. Die sind übrigens, möchte ich noch mal betonen, die haben 26.500 Abonnenten und haben schon das Häkchen von YouTube. Das ist normalerweise erst so, glaube ich, jenseits der 100.000 gibt. Die sind also bei Funk. Die haben vom SWR war es, glaube ich, ne? Ja, ja, hier, hier, vom SWR. Also die werden auch von unseren Steuergeldern bezahlt, so über Umwege. Aber der Kanal ist, die haben schon ein paar vernünftige Videos so mit drin. Heutige Thema, 30 Jahre Altersunterschied. Kann die Beziehung gut gehen? Eigentlich können wir diese 29 Minuten abkürzen mit, ja, natürlich. Nein. Entschuldigung. Was? Natürlich. Aber wir gucken uns an, was sie zu sagen haben, die guten Mädels. Man kann immer eine Jüngere unterdrücken. Deshalb suchen ältere Männer gerne eine jüngere Frau. Uh, ältere Männer können jüngere Frauen unterdrücken. Ist das so? Harter Tobak. Guckt ihr ne Madonna an, guckt ihr ne Jennifer Lopez an und so. Wo ich mir auch so denke, gut für you, Schwester. Ich möchte keinen Mann haben, der weniger verdient als ich. Oh, mir blutet das Herz schon nach den ersten 15 Sekunden, Alter. Oh, die wird uns gefallen, Digger. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Five Souls. Ich bin sehr froh, dass wir euch wieder in unserem Wohnzimmer begrüßen dürfen. Wir reden heute über ein Thema, das im Rampenlicht wie auch im Privaten für Furore sorgt, nämlich Altersunterschiede in Beziehung. Wann ist ein Altersunterschied zu groß? Wann ist er problematisch? Oder ist es ein weit hergeholter Konflikt? Oder geht es überhaupt noch ums Alter in einer Beziehung? Kann man einfach mit jemandem zusammen sein, wenn man sich liebt? Darüber wollen wir heute reden. So ein bisschen Kommande. Zu meiner Linken habe ich hier einmal Nicolette Fontaris sitzen. Du bist Unternehmerin, Autorin, Comedian und Insel. Da ist in Souls eigentlich nie ein Mann dabei. Weil das ein reines Frauenformat ist, Gräberin. Aber ich finde es... Was noch? Wir haben hier übrigens ein Suchbild für euch. Unser Redakteur hat einen Schlauch beruht in diesem Foto. Das ist halt schade, weil ich natürlich auch Bilder im Kopf habe. Ich hätte im ersten Moment gedacht, sie ist Porno-Darstellerin. Aber sie ist Unternehmerin, Autorin, Comedian und Insel. Sie kann dir das Gummi mit den Lippen aufziehen. Hätte ich mega Bock drauf. Wenn ich die Lippen sehe, auf jeden Fall. Aber meine Range ist sowieso von alles. Also schmale Lippen bis absolut Plastiklippen. Ich mag alles. Also... Aber ich bin mal gespannt. Ich meine, sie ist ja auch die, die nachher das Statement droppen wird, dass sie keinen Mann möchte, der weniger verdient als sie. Ja. Das ist schon... Ja, warum wohl? Ja, schauen wir mal. Autorin, Comedian, eine TV-Persönlichkeit und Influencerin aus Koblenz. Meine Güte, hi. Ja, aber echt meine Güte. Schau, wie toll ich bin. Ich habe ganz viele Berufsbezeichnungen. Ah, ah. I smell a bitch here. Und vor allem auch cool, wenn es mal immer aus dem Bonner Raum. Wirklich? Ja, ich bin nach Meckenheim bei Bonn. Meckenheim. Meckenheim bei Bonn. So schön, dass du hier bist. Danke. Du bist jemand, der sagt, du hast deine Erfahrung mit reifenden Männern gemacht. Ich bin gespannt, was du uns dazu zu erzählen hast mit deiner ganzen schlüpfrigen Geschichten. Also sie hat Filler in den Wangen, sie hat Filler in den Lippen, sie hat Augenbrauen und sie hat Botox in der Stirn. Möchte ich wetten. Nicolette war vorher ein Mann. Nun seid nicht so fies, Leute. Bitte. Zu unserer Rechten haben wir Jasmina Reski. Schön, dass du hier bist. Du bist Dozentin. Nicolette ist als Frau geboren und ist eine Frau. So. Simultan-Dolmetscherin und Drehbuchautorin aus Braunschweig. Richtig. Du hast auch schon deine Erfahrung gemacht mit älteren Männern. Sag mal, warum haben die nie ostdeutsche Frauen da, Grävern? Äh, weil sie nicht. Nein, danke, Security. Nicht mehr. Ist vorbei. Ach den Punkt gebracht. Gut, ich bin gespannt, was du dazu zu erzählen hast. Dann natürlich nicht zu vergessen, meine wunderbaren Sisters und Co-Host. Einmal Tascha zu unserer Linken. Du hast aber nicht so wirklich Erfahrungen gemacht mit älteren Männern. Okay. Hatti ist auch hier. Wunderschön. Schön, dass du da bist. Du stehst dem ganzen Thema ein bisschen kritisch gegenüber. Ich bin gespannt, was du dazu zu sagen hast und auch deine Meinung zu den Themen, die wir gleich hier noch auffüllen werden. Bevor wir jetzt richtig ins Thema einsteigen, möchte ich mit euch gerne über die Promis reden. Bei denen ist es ja auch immer ein ganz, ganz beliebtes Thema, wenn ein älterer Mann mit einer jüngeren Frau oder eine ältere Frau mit einem jüngeren Mann zusammen ist. Das erste Paar, über das wir heute sprechen, ist Vincent Kassel und seine 30 Jahre jüngere Frau Tina Konaki. Das Spannende bei den beiden ist, dass Vincent Kassel vorher mit der auch wunderschönen Frau Monika Bellucci zusammen war, die allerdings zwei Jahre älter war als er. Deswegen erfüllt er jetzt so ein bisschen das Klischee, dass er jetzt eine ältere Frau verlässt für diese junge Frau. Hä? So what? Warum bewerten wir das einfach? Vielleicht haben die sich einfach nicht mehr gemocht. Was ist das für ein Kaffeekreis da? Wahnsinn. Aber gut, das Qualität dieses Formats lässt sich schon allein daraus berechnen, dass sie mit den Promis anfängt, ne? Ich krieg direkt wieder einen Harten. Ich liebe diese Videos. Hinzu kommt noch, dass sie, als sie verheiratet waren, war sie 21 Jahre alt und er schon alt. Ich hab übrigens nochmal nachgeschaut, also Nicolette ist eine Transfrau. Trotzdem, Frau. Ja? 51. Geil. Ich hör schon, hier von der Seite ist ganz klar, du sagst alt, ich sag geil. Ist richtig? Na ja, also, das funktioniert natürlich nicht bei jedem oder bei jeder. Ich find's immer wichtig, dass sich ein Mann mit einer Frau zusammentut, im heterosexuellen Fall. Und nicht ein Mann mit einem Mädchen oder eine Frau mit einem Jungen. Ich finde es wichtig, dass wir von zwei erwachsenen Menschen sprechen. Ähm, ob eine 21 Jahre alt ist. Äh, langweilig. Aber wenn ihr Möbel holt, dann holt ihr auch ein neues Ledersofa und nicht eine ausgelatschte Couch. Das Ding ist halt, ähm, ist sie eigentlich dazu berechtigt zu sagen, wann ein Mann ein Mann ist und ein Mädchen ein Mädchen oder eine Frau eine Frau? Das sind ja schon beides durchgemacht, Kappa. Uff. Ja, lass das. Also für, 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 nee, also dafür werd ich sie definitiv nicht angreifen. Das, äh, das war auch kein Angreifen. Nein, 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 ich weiß, ich werd mich da aber auch nicht drüber lustig machen, so. Das ist, äh, eher für den Scheiß, den sie von sich gibt. So. Äh, 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 uff, das ist, das ist so, das ist so grenzwertig. Ab 18, eben, also, zumindest, sagen wir's mal so, ja, in unserem Wertesystem, wir haben uns darauf verständigt, dass man mit 18 volljährigen, dass man mit 18 volljährig ist, gesetzlich, ab da hat es niemanden zu kümmern, mit wem du was machst. Wenn sie 18 ist und er ist 88, scheißegal, was die beiden miteinander machen, solange beide damit einverstanden sind. Wo die Liebe hinfällt, sagt man so schön. Aber ich find's cool, dass wir jetzt einfach hier in diesem Weiber-Kaffee-Klatsch, Kränzchen, einfach direkt wieder so diese volle Breitseite haben. Oh, ich freu mich einfach schon. Wenn ich jetzt erwachsen ist und mit einem 51-Jährigen da, ob das funktioniert, ich würd gern wissen, worüber sie sprechen, ich würd gern wissen, was ihn so inspiriert, was sie so inspiriert, da find ich's ein bisschen extrem, das sag ich dir. Aber du hast direkt geil gesagt, ich mein, jetzt sagst du extrem, aber du hast echt geil. Klischeehaft. Also ich mag den Altersunterschied schon sehr, sehr gerne, das ist ein Fakt bei mir, ich mag ältere Männer sehr, sehr gerne, aber ich bin eine Frau von 33, ich kann mich auch mit einem 50- oder einem 60-Jährigen sehr, sehr gut unterhalten. Ich kann in der Theorie für diese Beziehung Konstellation Verantwortung übernehmen, gemeinsame Interessen, aber das mit 21 und 51, ich frag mich, was da der Indikator ist. Wenn sie 30 ist, er ist 60, ist der Altersunterschied genau 30 Jahre. Wenn sie 20 ist, er ist 50, ist der Altersunterschied wie groß? Ich war nicht gut in Mathematik, aber ich glaub, das krieg ich noch hin. 30 Jahre. Die Interessen, sicherlich, mit 21 mögen anders sein als mit 30, den Punkt geb ich ihr. Aber das kommt doch wieder auf die beiden Menschen an, auf die Individuen, die sich dort für eine Beziehung entscheiden. Nicht? Ich glaube schon. Kann, es kann doch sein, dass Mädchen X mit 32 noch absolut kindlich und überhaupt keine Verantwortung übernehmen kann, nix, gar nix, kann aber sein, Mädchen Y ist 21 und ist einfach schon viel weiter. Ja? Also, hä? Das ist, hä? Das ist einfach... Ja. Du Frau, es wird dich nicht erwachsen? Also, erwachsen ist für mich jemand, der in der Theorie Verantwortung übernehmen kann und erwachsen ist für mich auch jemand, der... In der Theorie? Nee, erwachsen ist für mich jemand, der nicht in der Theorie Verantwortung übernehmen kann, sondern in der Praxis. Und wer sagt denn, dass ich das Mädel nicht mit einer Einkaufsliste losschicken kann? Oder dass sie... Hä? Na, das sagt doch über die Qualität einer Beziehung auch nichts aus, wie jung die beiden sind. Deswegen tue ich... Ganz ehrlich, Leute, deswegen tue ich mich auch immer sehr schwer damit, auch wenn ich da auch meine Gedanken und Gefühle dazu habe, wenn es heißt, 14-jähriges Mädchen verknallt sich in ein, der Mitte 20 ist. Da gehen auch meine Alarmsirenen an. Aber bei Liebe kann man halt recht wenig machen. Und da von außen reinzureden, ist so schwierig. Das ist so schwierig. Wir haben bei uns halt in unserem Wertesystem fest verankert, ab 18 kannst du machen, was du willst und ab 21 bist du voll strafmündig. Also du kannst bis 21 noch nach Jugendstrafrecht bei gewissen Sachen, aber ab 18 kannst du Sex haben, wie du möchtest, du kannst bestimmen, was du möchtest, du kannst tätowieren lassen etc., Alkohol und so weiter. Dann lass doch die Leute, wenn sie volljährig sind, machen, was sie wollen. Und wenn sie 18 ist und er ist 80, es geht uns nichts an. Boah. Und dann ist da eben die 15-jährige Manuela, die einkaufen geht für ihre zwei Geschwister, macht Essen und für Papa und die Geschwister. Es gibt Menschen, die sind in jungen Jahren schon viel weiter als andere, die dafür doppelt so lange brauchen. Klar, ich würde schon sagen, dass man mit 30 noch mal eine andere Reife hat als mit 20. Und dass es wahrscheinlich besser funktionieren wird zwischen einer 30-Jährigen und einem 50-Jährigen als zwischen einer 20-Jährigen und einem 50-Jährigen. Aber das ist nicht gegeben, also das ist nicht in Stein gemeißelt. Das kommt auf die beiden Menschen an, die das machen. Find ich ein bisschen, aber ist gut, es ist halt eine persönliche Meinung, ne? Es ist halt ihre persönliche Meinung. Ich verstehe mich mit dem Gräbern auch und wir beide sind auch echt viel auseinander. Krass. Der Gräbern ist schon Mitte 50 und ich bin jetzt erst 18 geworden. Das hast du fast verstanden, er ist 50 lang. Ach so! Dein Unterarm. Und das kannst du mit einem genauso sein oder nicht. Mit Anfang 30 oder Anfang 40. Ja, okay. Ich kenne die Dame jetzt nicht. Jetzt bringt es es. Ich glaube, es ist mal schwierig, weil ich lerne heutzutage 19, 17, 18-Jährige kennen, bei denen ich verneige mich von denen, weil ich das Gefühl habe, was sind das für reife Frauen? Was sagst du denn zum Beispiel hier? Naja, die sitzen ja auch nicht und machen so ein Format und lassen sich von Steuergeldern bezahlen. Tut einfach mal dies. Es gibt halt Leute, die, 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 ich sag nichts mehr, sorry. Ich weiß, dass ich ein Wichser bin. Ein 21-Jähriger, der sich mit einem 51-Jährigen Mann verheiratet. Also, um das ehrlich zu kürzen, würde ich sagen, dass es zwei Menschen aufeinandertreffen, die beide Komplexe haben und eine Lösung für diesen Komplex finden. Oha, wir haben eine professionelle Psychologin da sitzen. Revan, weißt du, was das bedeutet, wenn sogar die Moderatoren in so einer Sendung lachen über die Äußerung eines ihrer... Die schwimmen alle auf ihrer... Wen haben wir uns da in ein Studio eingeladen? Wenn sogar Leute aus so einer krass linken Feminismus-Bubble über so eine Äußerung lachen, ne? Wenn die so, what? Das hat die jetzt nicht wirklich gesagt. Ich feier das gerade. Und da stellst du dir einfach mal Geisteskrankheit? Nice. Die haben Komplexe? Oh, das wird ja mehr, als ich dachte. Ich kriege heute richtig Content rein. Ich freue mich gerade, dass wir das Video aufgemacht haben. Hallo Kiki. Sie hat einen Vaterkomplex, er hat Minderwertigkeitskomplexe. Und jetzt kommt Ihr Argument, Ausnahmen bestätigen direkte... Ich glaube, Menschen, die so leben, fühlen sich unschle tych, und irgendwann gewisse Erfahrungen machen. Und das Gefühl haben, doch, ich bin sterblich und ich möchte vielleicht mit einer jüngeren Frau... hab ich immer so das Gefühl, meinen Tod verhindern, meinen Alterungsprozess verhindern. Du Scheiße, das geht ja richtig deep. Ich fühle mich gerade, als würde ich hinter dem Triebwerk von so einem Jet stehen. Was mir hier um die Ohren gehauen wird, Alter. Ich habe meinen jungen Brunnen gefunden und ich fixe sie jeden Morgen. Jetzt ist meine Frage, machen das die Cougars das genauso? Also die Frauen, die sich richtig junge Männer suchen? Bei manchen. Den Punkt möchte ich hier geben. Bei manchen Menschen wird das sicherlich so sein, dass manche Männer sich ganz junge Frauen suchen, damit sie halt sich auch jünger fühlen und jünger wirken. Oder so, ich bin immer noch der geile heiße Typ und ich komme bei allen an. Bei Frauen übrigens auch, Überraschung. Aber nicht bei allen. Ich würde nicht pauschal zwei Menschen, die sich eventuell lieben, würde ich denen unterstellen. Das macht ihr doch, nur weil ihr euch... Das ist schon heftig. Es kann ja sein, dass du irgendwann in einem Punkt deines Lebens bist, wo du sagst, boah, ich muss jetzt mal was nachholen. Ich habe so viel verpasst im Leben. Dann musst du dir auch einen Partner oder Partnerin oder Haustier suchen, was das halt alles auch mitmacht. Ja. Aber das... Das kann ja nicht sein. Ja. Wie gesagt, was ich... Boah, ich habe jetzt aber noch voll Bock. Ich habe jetzt so und so lange meine Firma geleitet, um beim Klischee zu bleiben, des reichen weißen Cis-Mannes, der sich dann eine Freundin sucht. Ich habe jetzt so lange eine Firma erfolgreich geleitet, ich war so lange hier an der Spitze der Bankenindustrie. Ich habe jetzt Bock, nochmal richtig hier Paragliding zu machen und hasse nicht gehen. Ich will um die Welt jetten, ich will auch mal irgendwie ein halbes Jahr mit dem Rucksack rumreisen. Ja. Das geht halt nicht mit deiner Sabine, die du im Abitur kennengelernt hast und die seit 30 Jahren deine Kinder hütet. Es ist doch nun mal aber auch... Das ist natürlich auch wieder eine Sache auch der Sexualität, ne? Es gibt sicherlich einige Frauen, die auch mit über 50 verdammt geil aussehen. Nina Hartley zum Beispiel. Ich würde die auch heute noch poppen, die ist über 60. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin jetzt 32, ich habe jetzt eine 18-jährige Freundin. In 10 Jahren bin ich dann 42. Ich habe wieder eine 18-jährige Freundin. Ab wann ist es denn dann... Ist es dann nicht mehr cool oder nicht mehr geil, wenn es ein gewisses Ding gibt, das ich einfach haben will? Und sind wir mal ehrlich, die Monica Bellucci, die sah nicht aus, als wenn die zwei Jahre älter wäre als der. Die sieht auch ziemlich jung aus, ne? Wenn das halt sein Grind ist, wenn er darauf steht, auf junge, hübsche, gut aussehende Frauen, die halt im... Keine Ahnung, die... Wenn das das ist, was er will, warum urteile ich darüber? Und vor allem, warum attestiere ich ihm einen Vaterkomplex, Alter? Die kommt hier mit psychologischen Diagnosen ums Eck geschossen, Alter. Die ist heftig, die Frau. Die ist richtig Hardliner. Also mit der werden wir auf jeden Fall noch unsere Freude haben. Männer verändern sich ab einem gewissen Alter. Stimmt, sie werden älter. Frauen verändern sich doch auch. Ich meine, meine Frage an sie gerichtet wäre, was ist denn mit den Frauen, die sich junge Männer suchen? Sind die dann auch... Wollen die dann ihren Jungbrunnen dann haben? Oder wie ist das? Total insane. Das ist total unvorstellbar eigentlich, wie sie da rangeht. Weiß ich, aber parallel dazu gibt es dann unter Männern so Sprüche wie, äh, all das bedingte Impotenz ist Gottes Weg, dem Mann auch mal Nein sagen zu lassen. Das Video wird gut, Alter. verhindern, das nach außen zu zeigen, dass ich eben habe... Wenn die Bua Bang sich sogar wegdreht und lachen muss. Geil! Dann habe ich einfach eine Jüngere, aber eine Beziehung... Oha! Oh, da kam gerade so ein angedeuteter Vogel. Hast du das gesehen? Ja, 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 ja. Die Betroffenheitsgeste, hier von Nicoletta. Achtet mal auf die Hand, bitte. Das ist ein angedeuterter Vogel gerade gewesen. Dann habe ich einfach eine Jüngere, aber eine... Da, das ist eine... Das ist eine... Wie soll ich sagen? Das ist eine Kontrollhandlung. Es ist eine... Ein angedeutetes Vogel zeigen und dann schnell die Haare aus dem Gesicht streichen, weil hier viele gerade gar nicht ihrer Meinung sind. Sie schießt gerade sogar für ihre eigenen Kolleginnen übers Ziel hinaus. Sie schießt für Leute, die sich in ihrer Bubble befinden. Schießt sie gerade übers Ziel hinaus, Alter. Die beömmeln sich gerade köstlich. Ich wäre so gern dabei gewesen. Von einer 21-Jährigen und einem 51-Jährigen kann ich persönlich nicht ernst nehmen. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher. Er setzt sich selbst unter Druck, um dieser Frau zu gefallen. Irgendwann wird er ja merken, seine Haare fallen ihm aus, seine Zähne fallen ihm aus. Aber tatsächlich ist es ja schon auch auffällig, wann die zusammengekommen sind. Also sie haben geheiratet, da war er ja Anfang 50. Und im Grunde genommen würde man ja sagen, das ist so das Alter, wobei Männern unter Umständen die Midlife-Crisis einsetzt. Und dann hat er halt jemanden geheiratet, der 3-Jährigen noch nicht zu helfen. Das riecht schon so ein bisschen nach Krise. Okay. Es könnte zumindest der Verdacht aufkommen. Ja, da gehe ich definitiv mit. Aber bei Frauen ist das doch genauso. Also sie kommen vielleicht noch drauf. Es ist... Ah, das ist so... Leute, wie wäre es, wenn man die beiden fragen würde? Aber das ist so typisch Weiber. Wir reden gerade über Promis, Alter. Die interessieren mich nicht. Bring mir doch Realbeispiele. Am besten Menschen, mit denen ich drüber reden kann. Dass ich die fragen kann. Wie ist denn das so? Wie sind eure Gefühle? Nehmt reale Beispiele, nicht irgendwelche Superstars und Schauspieler, Mann. Manchmal habe ich das Gefühl, die heiraten nur für die Presse. Uff. Tasha, hier klingt so, als würden die beiden nicht daran glauben, dass es auch nur ein Kitzelchen geben kann, dass die beiden sich vielleicht einfach lieben? Also generell ist mir eigentlich Ladde, wer mit wem zusammen sein möchte und wie alt wer ist, wenn die beiden sich wohlfühlen. Deswegen, ich hinterfrag an der Stelle dann eigentlich auch eher, wie du schon gesagt hast, die Intentionen der beiden. Warum fühlen sie ihn interessant? Ist es sein Fame? Ist es Geld? Oder ist es wirklich der Mensch, in den sie sich verliebt hat? Und wenn das der Fall ist und wenn die sich beide wirklich in sich verliebt haben, wer bin ich, dass ich irgendwas dazu sagen soll? Also wenn ihr beide dann im Fein seid, würde es halt zusammen und habt ihr in der Leben. Wo wir wieder bei dem Thema sind, wenn beide volljährig sind, was zum Fick geht es dich an? Du kannst dir deine Gedanken dazu machen, aber man kann es auch so verbissen sehen, wie unsere Dame jetzt hier im Frame. Der Gesichtsausdruck ist zu gut einfach. Dieser Gesichtsausdruck ist genau das, wie sie fühlt zu dem Thema. Schleystone, ich sage dir ja selber, was ich damals meinem Schwimmtrainer gesagt habe. Es ist schön, so knackige Ärsche vor sich zu haben. Ja. Einfach ja. Ich tiere diese Partnerschaft. Ich gebe nur meine Meinung, wie du gesagt hast. Ja. Ich urteile nur darüber, weil ich das, für mich ist das nicht logisch. Für mich kann so etwas auf Dauer definitiv nicht funktionieren. Ein älterer Mann kann immer eine Jüngere unterdrücken. Deshalb jetzt kommt das schon. Und ältere Männer gerne in der Jüngeren und deshalb achten meistens daran, dass sie gut aussieht und ungebildet ist. Ich folge Tina. Yo. W-w-w-w-w-w-w. Yo. Das hat sie nicht gerade gesagt, dass sie jünger und ungebildet ist. Hat sie das echt gesagt? Ja. Yo, die ist der Oberhardliner der Feminazis, Mann. Äh, 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 hier, Vincent Cassel. Kann mal einer, mit, 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 der ist jetzt verheiratet mit einer jungen Frau, ne? Ist die ungebildet? Ist, ist die dumm? Sie hat ihr eigentlich gerade, oha, warte kurz. Muss sie ja, weil sie hat ja einen älteren Mann geheiratet. Yo, what the fuck? Einfach. So, Tina Kunaki, äh, Kunaki, no, Kunaki. Ist das die? 24. Geboren in Toulouse. 1,65 Meter. Die kann nur dumm sein, wer so klein ist, kann nur dumm sein. Oh. Jetzt, jetzt gibt's das auf französisch, französisches Wikipedia. So, 30 Jahre Altersunterschied. Kann ich irgendwas, sie ist in Marokko, äh, äh, bla, bla, bla. Sie wurde am, äh, im April geboren, du, 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 Privatleben, Schauspieler. Ah. Sie hat einen Vertrag bei Mad Models Management. Ja, nun kann ich leider nichts über ihre, über ihre, über ihren Werdegang, über ihren Lebenslauf rausfinden, wo sie zur Schule gegangen ist, was für eine Schulbildung sie hat. Ich mein, sie ist echt eine Hübsche, ne? Muss ich ja mal sagen. Vincent hat anscheinend Geschmack. Also, trifft mein Geschmack zumindest. So, aber, ähm, mit, 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 mit welchem Recht nehme ich mir jetzt raus, über sie zu urteilen, dass sie ungebildet sei und, ähm, und leicht beeinflussbar. Das Beeinflussbare bei einem besonders jungen Menschen, okay, da, da geh ich noch ein Stück, geh ich noch ein Stück mit. Aber, da hab ich mit 30. Na, sie ist halt jetzt 24, ne? So, und, und Vincent, Vincent Cassel ist halt 30 Jahre älter. Sie attestiert, sie unterstellt einfach ihr, also auch ihr, unpauschal, allen jüngeren Frauen, dass sie ungebildet sind, dass sie dumm sind und dass sie schwach sind, weil sie sich einen älteren Mann suchen. Also muss ich zukünftig auch bei den Jüngeren gucken. Das, das, das ist, das ist, das ist so eine widerwärtige Aussage einfach. Da sitzt ein ganz, ganz dummer Mensch auf der Couch. Ich mein, mich wundert's nicht bei dem Format, aber, ich find das krass, wo treiben die solche Leute auf, die sowas von sich geben, Mann? Die ist, die, die, die gehört in unsere Zeit gar nicht mehr rein, Mann. Ich wette, die sind auch immer auf den nächsten Kosmetikersorgen gegangen oder zu Derberg, in die Frauenabteilung. Haben sie so eine Kassiererin rausgefischt. Sie meinte bestimmt was anderes, sie hat Bildung mit Lebenserfahrung verwechselt. Vader, das kann sein, aber dann sagt mir das doch, dass sie sich gar nicht drüber, dass sie gar nicht drüber nachdenkt, was sie da von sich gibt. Verstehst du, was ich meine? Das ist für mich noch schlimmer als das, was sie dann letzten Endes sagt. Also, das ist für mich keine Entschuldigung. Ist Five Souls GEZ finanziert? Ja, weil die vom SWR sind. Das ist krass, oder? Ich spule nochmal zurück. Ich will die Aussage nochmal. Euer Leben. Ich respektiere diese Part. Ihr Blick, ihre Gestik, ihre Mimik, komplett das Gegenteil. Sie sagt es, dass sie das respektiert. Sie meint was ganz anderes. Oh Gott, ich sehe gerade, wir sind erst zum Fünftel durch. Nur meine Meinung, wie du gesagt hast. Ich urteile nur darüber, weil ich das, für mich ist das nicht logisch. Für mich kann so etwas auf Dauer definitiv nicht funktionieren. Ein älterer Mann kann immer eine jüngere unterdrücken. Deshalb suchen ältere Männer gerne eine jüngere Frau. Du müsstest mich mal sehen, wenn ich eine ältere Frau unterdrücke. Und jetzt? Hä? Vor allem unterdrücken? Vielleicht, vielleicht ist in der Beziehung der Vincent derjenige, der sich abends von ihr den Strap in den Hintern schieben lässt. Weißt du das? Ich meine, er ist wahrscheinlich derjenige mit viel Geld und sie ist diejenige, die sich von ihm aushalten lässt. Aber das ist eine Entscheidung, die beide getroffen haben und nicht... Hä? Achten sie auch meistens daran, dass sie gut aussieht und ungebildet ist? Ich folge Tina Kuhner. Also sie achten meistens darauf, dass sie gut aussehen und ungebildet sind. Okay. Das ist für mich echt starker Tobak, Leute. Das ist für mich echt starker Tobak. Ja, ich mal hier so ein richtiges Predator-Männer-Bild. Ja, halt wirklich einen absolut billigen, dummen Stereotyp gibt sie hier ab. Krass, was sie auch für ein Bild von der Welt zu haben scheint. Tatsächlich auf Instagram und jedes Mal, wenn die was postet von sich und von unserer Kassell, der zugegebenermaßen wirklich ein sehr gut aussehender Mann ist, denke ich mir mal, die sehen schon auch einfach sehr glücklich aus. Also deswegen, so rein von außen betrachtet, können wir da ja wirklich nur mutmaßen, aber das, was wir sehen, scheint es hervorragend mit ihnen zu funktionieren. Gut, liebe Mann. Das war eine gute Aussage. Das ist eigentlich genau die Aussage, die jetzt reichen würde, das Video zu beenden. Ja. Können 30 Jahre Altersunterschied funktionieren? Ja, natürlich. Das liegt an euch. Aber ich find's geil, wo sie diese Leute immer herkriegen, ey. Also zum nächsten Kapo, ein deutsches Model. Die lebte ja nach dem Motto, ihr sagt jung, ich sag geil. War früher mit Vito zusammen, der 13 Jahre jünger ist. Bis jetzt ist sie mit Tom Kaulitz zusammen, der 16 Jahre jünger ist. Was halten wir von dieser Beziehung? Also ich find halt... Wobei, der Bruder von Bill Kaulitz von Tokio Hotel? Ja, das wusstest du nicht? Das ist auch schon ein paar Jahre. Nein. Ich glaub, die haben sogar schon ein Gürt zusammen. Das ist schon eine ganze... Heidi Klum? Ja, das ist schon eine ganze Weile. Das ist... Der Tom... Und Tom Kaulitz? Ja, Tom Kaulitz ist der mit den fettigen Dreadlocks und der komischen Mütze damals. Ich muss durch den Konsum am Apfelser vorbei. Der ist der Gitarristenbruder. Tom Kaulitz. Uff. So, und Bill ist ja der Sänger gewesen. Ein Auge, kein Auge. Sie hat ein Kind mit Flavio Breatore, der 30 Jahre älter ist. Moment, das muss ich gerade erst mal verdauen. Grevy lernt noch neue Sachen hier. Ich mein, das ist... Ganz ehrlich, Grevy, ich find's schade, dass ich das weiß, weil mich so Promisch-Scheiß überhaupt nicht interessiert, aber man kriegt das mit, weil irgendwie Heidi Klum ein wichtiger Mensch zu sein scheint. Für mich ist die absolut uninteressant und, naja, unwichtig. Egal. Ja, die beiden sind zusammen und die haben, glaube ich, auch ein Kind. So. Da bin ich mal gespannt, was sie zu sagen hat hier. Sehr, sehr toll, muss ich sagen. Nur was Männer anbetrifft, würde ich sagen, dass sie sich konkret Männer sucht, die wohlhabend sind und die sich unterordnen können. Und das merkt man in ihren Schemata. Das wird auch nicht... Wie alle... Es sind alle so fassungslos über diesen Bullshit, den sie von sich gibt. Leute, noch mal. Five Souls. Wir haben hier Frauen sitzen, die alle aus einer sehr links geprägten Bubble kommen. Ja? Aus einer sehr links feministisch geprägten Bubble kommen. Und jetzt haben die sich so eine eingeladen, die einfach noch mal über das, was sie normalerweise haben, hinaus schießt, alter. Die ist wie eine scheiß Rakete, die alte. Äh, die... Die Dame. Die ist wie eine verdammte Rakete, Junge. Das ist... Aber ich find's lustig, dass sie das bei Heidi Klum findet, sie ist toll mit dem Altersunterschied. Red auf die Zäfchen, Junge. Junge. Rakete, stabil. Stabil. Stabil, Digga. Die geht auf die Rakete, Brudy. Boah, Schlöwenherz-Action und so. Nee, das wird auch scheitern. Aber wegen des Altersunterschieds. Das wird auch scheitern. Ich glaub, wir müssen bei allem zurückspulen, was sie sagt. Die ist so interessant, diese Frau. Ich pass sie grad einfach nicht. Der 16 Jahre Jünger ist. Was halten wir von dieser Beziehung? Also, ich find Heidi Klum sehr, sehr toll, muss ich sagen. Nur, was meine anbetrifft... Ach so, sie findet Heidi Klum sehr, sehr toll. Entschuldige, ich hab... Das war mein Fehler. So. Sagen, dass sie sich konkret Männer sucht, die wohlhabend sind und die sich unterordnen können. Und das merkt man in ihren Schemata. Tom Kaulitz wohlhabend. Ja, nee, ist klar. Also, wenn, dann hat sie wesentlich mehr Geld als er. Viel mehr Geld als er. Und sie verdient jeden Tag mehr, als er wahrscheinlich besitzt. Nicht, dass er... Unterordnen, okay, das geb ich ihm, aber... Ja. Wohlhabend, nee. Also, es geht ihm definitiv nicht schlecht. Also, Tokio Hotel hat damals gut Geld gemacht, schätze ich mal. Heidi hat 130 Millionen, Tom 20 Millionen. Boah, da fehlen ja bloß 110 Mio. Das macht da keinen Unterschied, ne? Wiese, lächerlich. Das machen wir in einem Dienstagvormittag auf Twitch. Nee, also, Tom Kaulitz steht definitiv wirtschaftlich gut da. Also, Vader, ich zweifle das definitiv nicht an. Das ist mir bewusst, aber er kann, denke ich mal, nicht ansatzweise in die Richtung hin schnüffeln, wo Heidi sich befindet. Also, da möchte ich wetten. Nee, das wird auch scheitern. Aber wegen des Altersunterschieds? Alleine, wie sie attestiert, dass es auch scheitern wird. Ganz ehrlich, wenn wir jetzt Heidi Klum nehmen, ich würde fest davon ausgehen, dass die Beziehungen, die bisher gescheitert sind, gescheitert sind wegen der Menschen und nicht wegen des Altersunterschieds. Ich bin mir ganz sicher, dass ich mit Heidi nicht auskäme, so wie sie sich gibt. Das ist es einfach nicht. Ja, Fiddy, ich habe mir das jetzt angeschaut. Letztes Mal war es ja schon so knapp. Also, du kriegst heute kein Foto. Du hast mir heute früh Frühstück gemacht. Aber ich muss leider sagen, du kriegst kein Foto von mir. Du bist leider raus. Es tut mir leid. Ja, genau. Das muss ich auch noch sagen. Dein Porridge hat überhaupt nicht gelebt. Das war tot. Das war sowas von durch. Du bist einfach raus. Das ist eine Schande, mit dir zu arbeiten. Du bist weg. Uff. Es liegt an den Menschen. Es liegt nicht am Alter. Es liegt, wenn, dann an Heidi und ihren Partnern, die sie sich sucht. Und wenn die Beziehungen nicht halten, dann kann man vielleicht Heidi auch einen besonders beschissenen Männergeschmack, was lang anhaltende Partnerschaften angeht. Ich meine, die Jungs sind ja nicht hässlich. Je nachdem, wie man das sehen möchte. Aber dann funktioniert es halt einfach nicht. Ich würde sagen, ja. Weil er, glaube ich, er ist, glaube ich, erst 31. Er entwickelt sich gerade weiter. Und sie ist, glaube ich, eigentlich schon, wo die meisten Frauen stehen wollen. Sie hat definitiv ein Problem mit ihrem Alter. Das sage ich ganz ehrlich und ganz offen. Aber welche Frau hat kein Problem zu altern? Und ich glaube, keine Frau, die mir sagt, dass sie kein Problem damit hat. Oh, okay. Mir kannst du aber glauben. Also, oder auch nicht. Okay. Mir kannst du glauben, ich habe kein Problem. Sie weiß es also besser immer? Ich, äh, eine... So eine ist sie also? Eine Sache, die ich an ihr ja feiere, ne? Sie ist so ein bisschen wie so ein religiöser Fanatiker. Ich mag das, wenn Leute an ihren Konzepten so festhalten. Weil das einfach nur lustig ist, Mann. Weißt du, wie ich meine? Die demontiert sich ja selber durch den Quatsch, den sie erzählt. Und in ihrer eigenen Bubble. Das ist so faszinierend. Ich finde, mega faszinierend einfach. Hallo Daphne, einen wunderschönen. Ich hoffe, es geht dir gut an diesem Freitag. Moin, moin. Ich will mehr von ihr sehen. Nicolette, was sagst du denn dazu? Was sagst du denn zu dieser Kombination? Roman, sowas möchte ich hier nicht hören. Die Frau mit den Lederstiefeln ist kein Mann, sondern wenn, dann ist sie eine Transfrau. Und ich kann ohne Probleme akzeptieren, dass sie eine Frau ist. Punkt. Dankeschön. Also, auf sowas habe ich keinen Bock. Wir sind in 2021. Eine Transfrau ist kein Mann. Danke. Wer so ein verqueres Denken hat, weiß ich auch nicht. Heidi Renderin. Tom Kaulitz. Also, ähm, der Punkt, den ich bei Tom Kaulitz habe, ist einfach, ich sehe immer noch den kleinen Tokio-Hotel-Jungen vor mir. Und ja, aber Überraschung, der wird älter. Ja, aber du hast doch deine eigene Denke. Das ist der Überraschung, der, äh, äh, Leute, das ist so pervers, wenn man sich, wenn man sich heute vorstellt, wenn man, wenn man teilweise hört, wann hast denn du Geburtstag? Ja, ich bin 2001 geboren. Dann denke ich so, Gott, das ist ja noch ein Kind. Dicker, das sind 20 Jahre! Das sind erwachsene Menschen heute. Wenn ich überlege, oh, 2001, äh, ja, 2003 habe ich meinen Schulabschluss gemacht, ne? Ja, so, so in der Art. Also, ich habe 2007. Das, das, das ist das Denken, das wir selber haben. Aber wieder Ausbildung fertig. Das ist halt ein Denken, das wir in unseren Köpfen haben. Und das ist auch nicht unbedingt falsch. Aber wir dürfen uns darauf nicht versteifen, Leute. Das ist wie mit, wieder, dasselbe, was ich euch immer wieder sage. Stereotype sind nicht schlecht. Ihr macht eine Schublade auf und steckt jemanden rein. Aber schiebt diese Schublade nicht sofort zu. Lernt diesen Menschen mehr kennen. Und dann könnt ihr dieses Karteikärtchen von Schublade zu Schublade, bis es irgendwann passt. Bis dieser Mensch in eine bestimmte Schublade passt, wo es auch, wo der Mensch auch hingehört. Und nicht so, wie zum Beispiel hier, das ist doch ein Mann, oder? Blödsinn. Das ist voll dumm. Ja, das war nur eine uninformierte Frage. Ja, nein. Meine ich auch nicht. Also, es soll auch kein Angriff sein, aber ich meine, trennt euch von sowas ein bisschen. Hört auf, dieses Schubladendenken so fest und versteift zu machen. Lasst die Schubladen offen und dann könnt ihr die Karteikärtchen immer durchwechseln. Die Jungs von Tokio Hotel. Klar, ich habe auch noch die Milchgesichter-Bubis im Video vor mir. Dieses in Grau gehalten. Ich muss durch den Monsun. Na klar. Aber mir ist sehr wohl bewusst, dass die erwachsen geworden sind. Natürlich. So wie ich auch älter geworden bin. Kein Mensch bleibt auf dem Alter stehen. Auf dem er ist. Leider oder zum Glück. Oder wie auch immer. Uff. Vader, so wie du schreibst, es ist halt ein erwachsener Mann heute. Und dass ihm jetzt attestiert wird, er ist noch so ein kleiner Bubi. Leute! Der Mann ist doch bestimmt so alt wie ich, oder nicht? Die waren damals 16. Wie alt war ich denn da? Das weiß ich gar nicht mehr. Aber der wird über Mitte 20 sein. Das ist ein erwachsener Mann. Mit seinen Fehlern und mit seinen... Haben Sie doch eben gesagt 31. Sorry, dann habe ich das nicht mitgekriegt. 31, Mann! Der ist Baujahr 90. Ja, 31. Klasse. Das ist doch kein Bubi mehr. Das ist doch kein kleiner Junge mehr, Mann. Das ist ein Mann. Vielleicht kein gestandener Mann. Aber was würde das denn ausmachen? Hätte er 30 Jahre auf dem Bau arbeiten müssen, oder was? Dann ist er halt Künstler. Wenn so Mendo-War-mäßig sich so pro Bein so zwei Mädels dran festhalten, dann bist du schon dran. True. True. Ich finde das super krass einseitig, wie manche hier da rangehen. Xenomorphos, danke für deinen Follower, mein Bester. Das wäre etwas, egal wie attraktiv und erfolgreich, mich einfach störend. Und dass Heidi... Daphne, wie geht's dir? Ich hoffe, gut. ...düber hinwegsehen konnte. Also Chapeau. Ansonsten glaube ich, dass Männer wie Frauen, die sich einen jungen Partner oder Partnerin suchen, natürlich darin auch einen Jungbrunnen sehen. Bei Heidi Pumper, bei ihrem Tom, ist es auch so, er ist ein Mann von Anfang an. Ab wann zählt das denn eigentlich? Also ab wie viel Jahren Altersunterschied zählt, geht, gilt das so? Das müsste ich jetzt auch mal wissen. Sind's drei Jahre? Sind's fünf? Sind's zehn? Also ab wann ist das, äh, Jungbrunnen-Thema? Freut mich, dass es dir gut geht, Daphne. Mir geht's eigentlich auch ganz gut. Das ist halt, einerseits, das ist das, was ich bei solchen Leuten sehr krass finde. Sie haben einerseits sehr klar definierte Grenzen, wenn du sie aber nach diesen klar definierten Grenzen fragst, können sie dir die gar nicht nennen. Da bin ich mal gespannt. Weiß ich. Das ist alles immer Bauchgefühl, ne? Ja. Und sie ist eine Frau, da ist das für mich, da passt es für mich. Aber der ist, wenn der jetzt 21 wäre, würde ich das wahrscheinlich genauso kritisch sehen, wie in dem Fall zuvor. Hm. Das ist, und was mich, in der Sache oder an der Sache immer so doll gestört hat, ist die Art und Weise, wie das diskutiert wurde, ne? Das ist, finde ich, in der Öffentlichkeit schon immer noch mal anders diskutiert wird, wenn eine Frau einen jüngeren Mann hat, als wenn ein älterer Mann eine jüngere Frau hat. Es gibt halt so eine ganze Kategorie von Frauen, so weißt du, die einfach irgendwie, keine Ahnung, guck dir eine Madonna an, guck dir eine Jennifer Lopez an und so, wo ich mir auch so denke, good for you, Schwester, ist ja gut für dich, so, ne? Ja, ja, ja. Aber vor allen Dingen als Reaktion auch darauf, wie das dann oft irgendwie breit getreten wird, so, ne? Von gerade so Boulevard-Medien, wo man außerdem denkt, so, äh. Ihr rezitiert gerade diese Boulevard-Medien, ihr macht genau dasselbe gerade, ihr tretet es auch breit, Alter. Wie war denn das, wie war denn das mit George Clooney, der mit irgendwelchen jüngeren Mädels auf einer Yacht schockierende Fotos aus Griechenland oder irgendeinen anderen männlichen Superstar, der mit irgendwelchen jungen Weibern, da wird sofort die Rum-Hurerei attestiert. Na, der kriegt wohl nicht genug, was, von den jungen Mädels. Bei Madonna genau das Gleiche. Ihr verprasst Belusconi Steuergelder an junge Damen auf Luxusjachten oder sowas, ne? Ja, Umba-Bumba-Ficky-Picky-Partys und so weiter. Madonna genau das Gleiche. Wie kann sie nur noch so krass aussehen? Die Frauenzeitschriften, Madonna ist ein Vorbild. Andere Zeitschriften, mein Gott, guckt euch mal Madonna an, die sieht aus wie eine Mumie. Leute, je nachdem, in welcher Bubble man sich gerade befindet, wird man halt auch einen recht einseitigen Blick drauf sehen. Ich hab beides mitgekriegt bei Madonna, dass es gefeiert wird und dass es von manchen so, oh mein Gott, wie kann sie nur? Ich hab's bei, äh, hier, wie heißt er? Ich hab ihn grad genannt, Mann, George Clooney. Ich hab's bei dem mitbekommen und auch bei anderen. Auf der einen Seite, oh, dieser geile Stecher, der geile Hengst, auf den alle Weiber abfahren. Ich kenn genug Frauen, die den gar nicht heiß finden. Und auf der anderen Seite, wie kann er bloß? Wenn man sich aber nur in einer Bubble befindet, dann wird man dementsprechend sehr empfindlich auf solche Nachrichten reagieren, die vielleicht nicht ganz dem Narrativ entsprechen, den man gerne haben möchte. Überraschung. Du findest ihn auch heiß? Ne, ne, keine Ahnung. Aber Schlee, du kannst gerne mit ihm durchbrennen, dann wird aber mit uns nichts mehr. So, Punkt. Der ist auch heiß. Das darf jeder von euch sehen, wie er möchte. Aber worauf ich hinaus möchte, die befinden sich alle in einer Bubble und die sehen nur, dass, oh, bei Männern, da reagieren alle total cool drauf. Bei Männern finden das alle toll. Leute, es gibt ein Wort für Männer, die mit vielen Frauen rummachen. Hurenbock. Das wird nicht... Ja, womit aber gleichzeitig die Frau wieder rumverrissen wird. Ja, es findet häufig auch ein Verriss der Partnerinnen statt. Ist doch aber bei den Frauen genauso. so ein Bock, es wäre was Positives. Hm, ah. Außer es ist der permanent geile Bock, aber... Ja, der kriegt nicht genug und ach, dieser alte Sack, was will der mit den jungen Mädchen? Hab ich alles schon gehört. Hab ich alles mitbekommen. Bei Frauen genauso. Es, äh, Madonna. Ey, wie kann die alte Strulle? Guck dir die mal an, Alter. Wenn die nicht geschminkt ist, ne, wie die frühs aussehen muss, Alter, wie so eine faltige Kröte und dann so ein junger Typ dazu, ne? Weiß nicht, vielleicht ist das der Neid oder so. Mir ist es scheißegal, mit wem die was, wann, I don't care. Wen interessiert das, Alter? Mir ist die Heidi Klum scheißegal, mir ist Madonna scheißegal und mir ist der Chloe egal. Mich interessieren diese Leute nicht. Null. Und wenn die, wenn die meinen, sie müssen mit einem Partner zusammen sein, der jünger ist als sie. Good for you, Sister. Oder Brother. Aber wenn man sich in einer Bubble befindet und sehr empfindlich ist, dann sieht man leider nur das eine, dann ist man sehr einseitig. So auch diese Damen hier in diesem Beitrag. Es ist halt, oh, Gottes, ey. Ich kann die Leier nicht mehr hören. So, ihr Lieben, diskutieren wir hier schon angeregt. Ich bin so gespannt, noch mehr von euch zu erfahren. Und wir möchten wissen, wie ist es denn bei euch? Hattet ihr schon Affären mit älteren beziehungsweise jüngeren PartnerInnen? Lasst es uns wissen. In die Kommentare damit, wenn ihr schon dabei seid, lasst euch ein Like da und auch direkt ein Abo. Was ist, wenn man mal die Mutter von einem ehemaligen Klassenkameraden geklärt hat? 20 Jahre sind, glaube ich, schon, oder? Soll ich reinschreiben? So, jetzt spielen wir eine Runde. Scheiße, ich war mute, egal. Das ist nicht so wichtig. Dann nutzen wir unsere wunderbaren Ja-Nein-Kellen. Das heißt, ich werde euch jetzt verschiedene Szenarien vorlesen und bei jeweiligen Szenarien könnt ihr sagen, Ja, habe ich schon mal, dann die Kelle Ja oder Nein habe ich noch nie, dann die Kelle auf Nein drehen. Sag ich auch, Frau Sense. Sag ich auch. Das Alter spielt keine Rolle. Ich habe schon mal einen erheblich älteren Mann gedatet. Das kann ich... Das kann ich nur mit Nein beantworten. Ganz ehrlich? In der... Oh, jetzt... Jetzt will ich... Komm, SWR. Funk. GEZ. Öffentlich-Rechtliche. drauf geschissen. Jetzt bin ich ein Motherfucker. Warum habt ihr da nicht irgendwie gegendert? Ich fühle mich nicht repräsentiert. Weil ihr ausschließlich ein Frauenformat seid? Warum habt ihr... Warum stellt ihr die Frage nicht anders? Ich habe schon mal einen erheblich älteren Menschen gedatet oder einen erheblich älteren Partner gehabt. Sowas in der Richtung. Wie wäre das? Wie wäre der das? Ich würde es mir wünschen. Wo doch auf sonst alles so Wert gelegt wird. In einer Sendung, wo... Oder genau, was ist, wenn eine Lesbisch ist? Les Van Paul, genau das. Dafür... Damit exkludieren wir so viele Menschen. Das ist so... Das ist nicht inklusiv. Also wenn, dann wollen wir es richtig machen. In einer Sendung, wo... von... Wo die Gäste als Gästin angesprochen werden, ja? Die haben da Gästin und Gästinnen. Auf sowas legen die Wert auf so einen Scheiß. Aber dann... Ich habe schon mal einen erheblich älteren Mann gedatet. Was ist, wenn da jemand lesbisch ist? Oder was ist, wenn ich als Mann diese Frage auch beantworten können möchte? Oder darf ich das nicht? Ja. Habe ich schon mal eine erheblich ältere Frau gedatet? Deine Meinung als Mann ist aber nicht wichtig in dem Moment. Als weißer Cis-Mann. Die Betonung ist wichtig. Ich habe sogar schon öfter erheblich ältere Frauen gedatet. Also bei mir ist die Wunderzahl 41. Da drüber und da drunter geht irgendwie nicht. Also doch drunter schon, aber halt... Es war schön. Was war der größte Altersunterschied, den du jemals hattest? Fast 40 Jahre. Fast 40? Beziehung nicht. Wir reden von Daten, ne? Fast 40 Jahre. Einen 70-Jährigen, ja. Also ich glaube, ich ziehe die auch an. Ich strahle das irgendwie so aus. Das ist ja auch was, wonach ich mein Auge werfe. Das merken die ja. Und das, was mir an älteren Gentlemen, möchte ich es schon nennen, was mir ja gefällt ist, dass sie auch auf mich zukommen und mich da meistens immer sehr, sehr höflich und respektvoll auch ansprechen. Ich lerne ja einen laufenden Band kennen. Wo denn? Wo? Ja, zum Beispiel an der Hotelbar lerne ich die kennen. Am Flughafen lerne ich die kennen. Beim Online-Dating suche ich explizit danach. Gut, wenn man im Musikantenstadel auf Jagd geht, ist die Wahrscheinlichkeit eh recht gering, dass man junge Kerle abschleppen kann. Und ist schon richtig. Was ist das Alter, das du eingibst beim Online-Dating? Also mindestens 45 muss der sein. Darf ich fragen, 70-jähriger Mann, das Date, was ist an dem faszinierend? Also geht es dir darum mit einem reifen Mann, der dir sozusagen sein Leben, seine Erfahrungen erzählt? Oder ist es wirklich auch die physische Anziehung? Ach, weißt du, damals im Arbeitslager, da gab es nicht solche hübschen Mädels wie dich. Du, aber du ... Ich bin schon so heiß. Warte kurz, ich nehme nur schnell die Zähne raus, dann kann ich besser küssen. Ich habe da meine Technik entwickelt. Aber der Bernd, der hat damals sich immer so einen Mob abgeschnitten und dann diese Borstern auf den Kopf gesetzt. Dann haben wir ihn immer Beate genannt. Oh Gott. Du erinnerst mich an meinen damaligen Lagergenossen. Wir hatten ja nichts. Auch keine Frauen. Und da musste einer herhalten. Mein Gott, Mensch. Wenn die beiden sich was zu erzählen haben, dann haben sie sich was zu erzählen. Who cares? Aber das finde ich ... Vader, das schließt sehr viele Menschen aus. Warum machst du das nicht inklusiv? Bis, keine Ahnung, 120? So oder so. Oh, Bruder. Ich würde mit einem 70-Jährigen keine Beziehung zum Beispiel eingehen. Das habe ich damals gemacht, weil ich es einfach spannend fand, mich mal mit jemandem zu daten, der erheblich älter ist. Lag es vielleicht an der Kohle? Das ist nur eine Frage. Sorry. Sorry. Oh, ich merke schon, die Left ist Bubble, die gerade ihre Gewehre auf mich richtet. Das war nur eine Frage, Leute. Es war nur eine Frage. Und das war auch ein sehr schönes Rendezvous. Ich glaube, sogar zwei Stück. Da müssen wir jetzt darüber sprechen, was ich vom Leben einfach erwarte und somit auch von einer Beziehung. Ich glaube, dass meine Interessen, die ich im Leben habe und mein Lebensstil, eher zu einem reiferen Mann passt. Das ist aber jetzt Klischee-Denken. Ich mag die Unterhaltung und ich mag die Inspiration. Was ist denn der Unterschied? Worüber unterhaltet ihr euch? Oder was macht einen älteren Mann für dich aus? Was sind denn die interessanten Gespräche? Also es ist zum Beispiel, wenn ich jetzt vergleiche mit jemandem in meinem Alter und noch mal das Klischee-Denken, was ich habe. Wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte jetzt am Sonntag zum Pferderinnen. Wannabe! I want to show you! Das macht ein Gentleman, der ein bisschen älter ist, wahrscheinlich eher als jemand, der jetzt Anfang, Mitte 30 ist. Uff. Blöd gesagt. Oder ich hatte zum Beispiel mal ein Date mit jemandem, der war Anfang 50, der hat gesagt, ich möchte dich heute nach München auf den Weihnachtsmarkt einladen. Wir waren aber zu dem Zeitpunkt in Hamburg. Mit mir morgens nach München geflogen, hat mich eingeladen. Das ist mir mit jemandem in meinem Alter so noch nie passiert. Ja. Ich möchte eine Beziehung auf Augenhöhe. Das ist keine Beziehung auf Augenhöhe. Das ist Aushalten. Das ist Sugar Daddy. Das ist Püppchen. Ja. Aber Aber Wenn Es funktioniert und wenn sie das wollen, ist das voll in Ordnung. Das ist ihr Beziehungskonzept. Das möchte ich ihr nicht absprechen. Ne? Nicht falsch verstehen, Leute. Und sie macht PogChamp-Emote. Uff. Oh Mann. Wannabe, wie geht's dir mein Bester? Ne, also wenn das ihr Beziehungskonzept ist, das ist toll. Aber das muss sie halt auch für sich selber natürlich entscheiden. Aber das ist keine, das ist definitiv. Keine Beziehung auf Augenhöhe. Nicht, nicht falsch verstehen. Clinton Steele, vielen, vielen Dank für deinen Gifted Zappern, Harry Braun. Vielen, vielen Dank. Ausrufezeichen Liebe für den guten Clinton Steele. Fertig von der Arbeit, aber ansonsten geil. Das freut mich, wannabe. Das freut mich, dass es dir, dass es dir gut geht, mein Bester. Mir geht's auch. Prächtig. Guck mal, wir haben so schön Content einfach. Wir können Stunden damit füllen. Und wie alt war die Person, der älteste Mann, mit dem du zusammen warst, tatsächlich? 20 Jahre. 20 Jahre. Ja. Also hat auch der finanzielle Aspekt da einen großen Wert bei dir? Ja. Ja. Ich möchte keinen Mann haben, der weniger verdient als ich. Mhm. Finanzieller Aspekt ist auch schön und gut. Ich finde es nur schade, dass hier wird Liebe und Beziehung, wird vermischt mit wirtschaftlichen Interessen. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Du kannst einen Menschen lieben, der bitter arm ist. Ich aber jetzt auch auf jemanden in meinem Alter. Okay. Ja. Aber kommt jemand in deinem Alter überhaupt für dich in Frage? Ja. Auch. Ja. Wenn jemand toll ist. Und jünger Mann käme für dich in Frage? Mhm. Auf gar keinen Fall. Nee. Dafür bin ich zu präsent. Dafür bin ich zu krass drauf. Die kippen ja um. Die sind ja erschöpft nach drei Tagen. Ah. Das bezweifle ich ein kleines bisschen. Aber ja. Ja, okay. Ja, wahrscheinlich geht es ja eher darum, dass ich immer mal sage, hier, hast du 500 Euro, geh mal shoppen. Ja, ja. Damit sie ihre Ruhe haben. Wahrscheinlich das. Wahrscheinlich das, ja. Ich bin heute wieder, die rastet da gerade wieder aus, die ist total süß. Ach, die ist, wenn ich irgendwie, wenn ich ein Loch in die Wand schlage, sage, guck, wie kreativ die ist. Die ist wirklich. Was, die sind altere Männer. Ich stimme ihr zu, ich würde mir auch keinen Mann aussuchen, der weniger verdient als ich. Ja. Ganz ehrlich, ich finde solche Aussagen mega, mega kritisch. Also einmal, äh, ich, äh, ich, also, sie ist 31, ne? Ich bin älter als sie. Wisst ihr, wie ich reagieren würde, wenn die, wenn ich ein Loft hätte und die würde bei mir, äh, äh, ein Demand einreißen? Ich würde nicht sagen, guck, wie kreativ die ist. Ich würde sagen, sag mal, du, du, du verrückte, dumme Tussi. Was ist denn los mit dir? Warum machst du meine Bude kaputt? Was ist denn los mit dir? Mach das mit deiner eigenen Scheiße. Der, der alte Sack, der wird sich bloß nicht trauen, gegen sie was zu sagen, weil er wahrscheinlich einen Herzinfarkt kriegt, wenn er sich aufregt. So scherzhaft jetzt mal. Das ist, hier ist nix, hier ist nix auf Augenhöhe. Ganz ehrlich, da ist ein Mensch, dem es nur um die Erfüllung seiner eigenen Wünsche geht. So, vom, vom Eindruck her. Und bei der anderen, äh, ich würde auch niemals einen Mann haben wollen, der weniger verdient als ich. Ähm, ist, ist, ist die, die Liebe und die Anziehung zueinander, ist das wirklich von Geld abhängig? Also, wenn, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt wenig Geld hab, dann, äh. Ja, wenn du wenig Geld hast, dann ist das Herz nicht mit bei, nee. Dann, dann darf ich sie nicht lieben. Werden Männer jetzt nicht in eine Schublade gesteckt? Anscheinend schon, Daphne, ja. Das ist ja das, warum wir uns solche Videos angucken, weil sie sind ja so inklusiv und sie, ne, sie sind so toll und so, so neu und, äh, so anders denken, so fucking woke. In Wirklichkeit sind sie einfach nur mega einseitig. Das sind Leute, die Stereotypen wirklich befeuern. Ganz ehrlich? Ich, ich, ich kann, äh, ich kann eine Frau lieben und da ist es egal, wie viel oder wenig Geld sie hat, das ist scheißegal. Das ist komplett egal. Das Geld ist so unwichtig. Klar, Geld ist eine, spielt eine wichtige Rolle im Leben. Wenn man kein Geld hat, geht's einem auch nicht besonders gut. Aber das hat mit Liebe nichts zu tun. Also, das find ich schon schade, dass das hier so gesagt wird, äh. Ähm, so, ich, 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 ich nehme keinen Mann, der weniger Geld hat. Was? Die schließen einfach, die schließen einfach Menschen aus, aufgrund ihrer, ihrer, äh, ihrer wirtschaftlichen Situationen. Das ist, das ist halt wirklich ganz, ganz böses Denken einfach. Das ist richtig fies einfach. Das, 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 also das kann ich echt nicht nachvollziehen. Aber wenn, wenn, wenn die wirtschaftlichen Interessen in so einer Beziehung im Vordergrund stehen, dann weißt du ganz genau, was mit Menschen los ist. Dann weißt du, was für einen Menschen du vor dir hast. Dann, dann, das ist für mich, ist das einfach ein, äh, 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 ist das für mich ein Punkt, wo, wo, wo diese Frauen, die das sagen, also beide, die landen beide bei mir direkt auf der Müllkippe. Die landen nicht wegen ihrer Körpergröße auf dem Müll und auch nicht, weil die eine eine Transfrau ist. Die landen nicht bei mir auf dem Müll, weil sie, keine Ahnung, ältere oder jüngere Partner mögen. Die landen bei mir auf dem Müll, weil sie ganz klar Leute ausklammern wegen der wirtschaftlichen Situationen. Ich möchte keinen Mann haben, der weniger Geld hat als ich. Würde ich nie machen. Ich würde keinen daten, der weniger Kohle hat. Also geht's hier nicht um Liebe. Es geht hier letzten Endes nur darum, wie sie, wie sie dastehen. Das sind Egoisten. Das sind egoistische Menschen. Denen geht es nur um ihre Erfüllung. Aber, Überraschung, in einer Beziehung geht's nicht nur um die Erfüllung deiner Wünsche, sondern, das ist ein Streben zweier Menschen, zusammen Glück und Zufriedenheit zu finden. Aber die haben, glaube ich, nur Beziehungen mit Geldbeuteln, nicht mit Menschen. Schon heftig. Das ist, das ist schon heftiger Tobak, Alter. Das wird übrigens vom SWR, also von Öffentlich-Rechtlichen, mit unseren Steuergeldern finanziert. Dass die da sitzen dürfen in ihrer Arroganz und Selbstgerechtigkeit und richtig viel Kohle kassieren. Ich hab da keinen Anspruch drauf. Ich würd auch gerne von den Öffis Kohle bezahlen, äh, Kohle beziehen. Das wär schön, Alter. Das wär richtig schön. In dem Punkt seuf ich mich einig. Aber in allen anderen Punkten, du hattest ja auch deine Erfahrung. Du hast ja deinen Grund, warum du so eine krasse Meinung hast zu Beziehungen mit großen Altersunterschieden. Was waren denn deine Erfahrungen mit älteren Männern? Es ist unwichtig, Aurora, wie viel man verdient, ja. Also ich hab ältere Männer gedatet, maximal 20 Jahre älter als ich. Alle auch wohlhabend, aber mit Geld kann man mich nicht überzeugen, muss ich sagen. Dafür hab ich, glaube ich, zu viel auf dem Kasten. Was ist ... Hä? Sie hat gerade gesagt, sie würde, sie möchte keinen Partner, der weniger hat als sie. Auf der anderen Seite sagt sie ... Nee, nee, das war doch die Transfrau. Ja, das hat sie doch aber auch gesagt, Grebi. Echt? Ja. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Oh, wie weit war das? Das beziehe ich aber jetzt auch auf jemanden in meinem Alter. Okay. Ja. Aber kommt jemand in deinem Alter überhaupt für dich in Frage? Ja. Auch. Ja. Wenn jemand toll ist ... Und jüngere Mann käme für dich in Frage? Mhm. Auf gar keinen Fall. Nee. Dafür bin ich zu präsent, dafür bin ich zu krass drauf. Die kippen ja um, die sind hier erschöpft nach drei Tagen. Aber sie ist ja immer voll. Die älteren Männer finden das toll. Die sagen, ach, die spinnt heute wieder, die rastet da gerade wieder aus, die ist total süß. Ach, die ist, wenn ich irgendwie, wenn ich ein Loch in die Wand schlage, sagen, guck, wie kreativ die ist. Die ist wirklich ... Was, die sind älteren Männer. Ich stimme ihr zu in einem Punkt. Ich würde mir auch keinen Mann aussuchen, der weniger verdient als ich. Da. Ah. Auf der anderen Seite sagt sie, naja, mit Geld kannst du mich nicht beeindrucken, davon lasse ich mich ... Hä? Naja, sie will einen, der mindestens genauso viel verdient wie sie. Sie sagt nicht, dass, äh, wer weiß, wie viel was an Kohle haben muss. Ja, aber letzten Endes ist ja Geld für sie doch schon so wichtig, dass sie doch beeindruckt. Also irgendwo ist das so, ich bin Golddigger, aber ich bin kein richtiger Golddigger-mäßig so. Nee, 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 nee. Ich höre da tatsächlich eher den Wunsch nach gleichem Einkommen raus, nicht nach ... Okay, dann geben wir ihr den Punkt. Ist in Ordnung. Die labert eh noch ganz viel Scheiße, dass sie ich schon kommen. Da, in dem Punkt ... In dem Punkt seid ihr euch einig. Aber in allen anderen Punkten, du hattest ja auch deine Erfahrung. Du hast ja deinen Grund, warum du so eine krasse Meinung hast zu Beziehungen mit großen Altersunterschied. Was waren denn deine Erfahrungen mit älteren Männern? Also ich habe ältere Männer gedatet, maximal 20 Jahre älter als ich. Das ist nicht viel, oder? Das ist so, wo ist die Grenze? Auch wohlhabend, aber mit Geld nicht überzeugen, muss ich sagen. Dafür habe ich, glaube ich, zu viel auf dem Kasten. Was sind denn deine Erfahrungen, die du gemacht hast? Also das einzige Gefühl, was die mir immer vermittelt haben, dass ich eine Therapeutin bin. Dass ich nicht ich selbst sein kann. Und dass die alle irgendwie einen Dachschaden haben. Dass sie einfach alle jemanden brauchen, der sie unterstützt. Eigentlich ... Ähm ... Ich glaube, man kann ihr, nach dem bisschen, was wir von ihr wissen, einen ganz, ganz beschissenen Partnergeschmack attestieren. Weil sie hat richtig schlechte Erfahrungen gemacht. Ja. Das können wir wohl tun. Habe ich damals gehofft, jemanden, der mir Leibklanken sozusagen vorsetzt. Und sagt, hier, so gehst du durchs Leben. Ich habe mehr Erfahrung als du. Letztendlich hat sich das irgendwie gegensätzlich entwickelt, dass ich das Gefühl habe, okay, ich bin jetzt deine Therapeutin. Aber ich möchte keine Therapeutin sein. Ich möchte auch keine Mutter sein. Ich möchte einfach Jasmina sein. Ich möchte einfach so akzeptiert werden, wie ich bin. Also, liebe Jasmina, du hast in deinem ersten Satz schon die Therapeutin raushängen lassen. Und ich glaube, das liegt dir einfach. Das ist dein Ding. Und es war durchweg deine Erfahrung mit allen älteren Männern, die du getätet hast. Ja, alle. Sie hat absolut recht. Das ist ein Irrglaube, dass ältere Männer über 50, dass die ein Potpourri voll Erfahrung haben. Die wissen viel weniger, als wir manchmal glauben. Ich musste denen manchmal die Welt erklären. Ich war manchmal auch die Schulter zum Anlehen. Also, das war nie eines der Aspekte, warum ich mir jetzt einen älteren Mann gesucht habe. Aber ich habe es gerade gelesen. Vielleicht will sie nicht ... Warte, wo war denn das? Dass sie einen Partner hat, dass André auf der Tasche liegen. Das kann natürlich sein. Das werde ich auch nicht absprechen. Auf der anderen Seite ist das bei der Liebe komplett scheißegal, ob sie einen Partner hat. Und wenn sie, wir nehmen jetzt mal an, so wie bei Heidi Klum, der Tom Kaulitz, der wäre nie erfolgreich geworden, ist halt so ein Musiker, der fiedelt ein bisschen vor sich hin und kostet sie letzten Endes bloß Geld. Wenn Geld vorhanden ist, ist das scheißegal. Also, so wie du. Wenn beide sich wohlfühlen in der Beziehung und ja, dann ist sie halt seine Sugar-Mommy und er lebt letzten Endes von dem, was sie hat. Ist doch scheißegal, wenn das für beide funktioniert. Und nein, ich steuere meinen Teil dazu bei. Wir machen Hälfte, Hälfte bei allen. Aber das ist doch ... Wenn ihr das für euch nicht wollt, dass ihr einen Partner habt, der euch auf der Tasche liegt, vielleicht ändert sich dieser Gedanke und ihr lernt jemanden kennen und verliebt euch in diesen Menschen und dieser Mensch ist halt wirtschaftlich überhaupt nicht selbstständig und hat nichts zur Verfügung und ihr finanziert diesen Menschen das Leben. Ich meine ... Ist das nicht in vielen Beziehungen so, wenn die Frau zu Hause bleibt, sich um die Kinder kümmert und er geht arbeiten und bringt das Geld nach Hause? Oder andersrum, sie geht arbeiten und bringt das Geld nach Hause und er kümmert sich um die Kinder? Das ist eigentlich ein ziemlich althergebrachtes, sehr, sehr altes, klassisches Modell sogar. Dass eine arbeiten geht und beide davon leben. Manche finden das schön. Ist ja auch schön. Wem das gefällt, der soll das gerne machen. Wenn sie das nicht möchte, ist das in Ordnung. Ist überhaupt nichts Negatives dran. Das müsst ihr für euch wieder, das müsst ihr für euch festlegen, ob das funktioniert oder nicht. Ich kann auch nicht unbedingt sagen, dass die mich großartig jetzt inspiriert haben. Es war immer sehr schön, es passt besser zu meinem Lebensstil, aber die Welt hat mir noch keiner von denen erklärt. Ich habe mich schon mal für das Alter meines Partners vor anderen rechtfertigen müssen. Rechtfertigen? Rechtfertigen, nicht aber erklären. Ich bin die, die oft immer erklärt, der Punkt mit dem Älteren ist gar nicht so, dass die Leute sagen, die denken sich immer, es passt gut zu mir. Meine Freundinnen sind sich da einig. Aber wenn ich sage, ich möchte einen Mann haben, der nicht weniger verdient als ich, das ist ein Punkt, der wird oft diskutiert. Der wird oft diskutiert. Bis zum Anfall. Das ist auch eine Asihaltung. Ich sage immer, ich bin kein Sugarbabe, was ich aushalten möchte. Es geht einfach darum, dass ich Träume und Ziele im Leben habe, die ich mit einem Partner zusammen erreichen möchte. Und da möchte ich nicht der EC-Automat sein, weil ich das auch schon erlebt habe. Ja, wenn dich einer ausnimmt wie eine Weihnachtsgans, ist doch aber was ... Hä? Was ist, wenn du diese Träume und Ziele, wenn du da jemanden findest, bei dem alles perfekt passt, außer die Kohle? Dann sagst du, nö, dann nehme ich lieber jemanden, bei dem es nicht perfekt passt, Hauptsache, der hat Geld oder wie? Das ist eine verdorbene Einstellung, glaube ich. Sie hat halt schlechte Erfahrungen gemacht. Den Punkt gebe ich ihr, weil das lässt sich sicherlich nicht bestreiten, dass es da den einen oder anderen Menschen gegeben hat, der sie ausgenutzt hat, finanziell. Wer sowas macht, ist selber Dreck. Aber das ist halt ... Ich finde das ganz, ganz schlimm. Das Geld spielt da gar keine Rolle. Mann, wenn ich jetzt Millionär wäre und ich würde ein Mädel kennenlernen, die hat gar nichts. Die hat auch keine Ausbildung und nichts, aber es passt alles. Dann ist mir das scheißegal, dass sie von meiner Kohle lebt. Es ist ... Geld ist halt auch nur Geld. Richtig. Ich hatte schon mal einen Freund, der sich von mir aushalten ließ. Hat nicht lange funktioniert, als ich draufgekommen bin, dass er sich nicht an Absprachen hält. Das ist ja wieder was anderes. Da ist aber der Fehler beim Menschen. Da spielt das Geld eigentlich keine Rolle, sondern da ist die Beziehung von vornherein schon scheiße. Schon faul. Also ... Kommt mir die wieder in die Tüte. Ja, natürlich, Buster. Man kann mit sich viel mehr als nur das Geld in die Beziehung mit reinbringen. Das ist ja der Punkt, den ich meine. Sie geht ja davon aus, dass der Partner, der weniger hat als sie finanziell, dass der auch menschlich weniger ist als sie. Das ist total dumm. Jetzt mal nur als Beispiel. Es könnte sein, dass wir beide uns total krass gut verstehen könnten. Der Sex ist geil. Wir sind vom Intellekt her auf einem Level und so weiter. Aber sie würde mich von vornherein pauschal ausschließen, weil ich nicht ansatzweise so viel Kohle habe wie sie. Wow. Also rein theoretisch könnte es ihr passieren, dass sie sich den einzigen perfekten Partner entgehen ließe, aufgrund dieser Einschränkung, dass derjenige genauso viel Geld haben muss wie sie mindestens. Das ist schon ... Wie stehst du dem Begriff Sugar Daddy gegen? Also in der Tendenz habe ich manchmal das Gefühl, dass es das ist, was du beschreibst. Jetzt hast du aber auch gesagt, du bist kein Sugar Baby oder so. Magst du mir mal erklären, wie du zu dem Begriff stehst und wo du dich ... Ja, nur weil sie sagt, dass sie kein Sugar Babe ist, ist sie kein Sugar Babe mehr. Fertig. Wenn sie sich von älteren ... Ach so, ja stimmt. Ist ja hier Third-Way-Feminismus. Richtig. Das zählt nur, wenn andere das machen. Ich selber sage, was ich bin. Und wenn ich sage, dass ich kein Sugar Babe bin, dann bin ich auch kein Sugar Babe. Dass sie einen 70-jährigen Typ hat, der sie bei sich in der Bude Löcher in die Wände hacken lässt und mit ihr ... Oh, komm, ich hab Bock, nach München zu fliegen. Ich bezahl den Flug und ich zahl alles für dich. Das hat nichts mit Sugar Daddy zu tun. Absolut nicht, weil ... Nein, nein. ... ist so. Das ist halt ... Das ist genau das, was Daphne vorhin auch schrieb. Diese Leute, genau diese fordern von uns oder von allen anderen, von der Welt, Akzeptanz und Offenheit sich selbst gegenüber, leben aber in Toleranz und in Akzeptanz der Welt gegenüber, allen anderen gegenüber. Sie wollen alle Freiheiten, sie wollen aber nicht anderen diese Freiheiten zugestehen. Yes. Sie sagen, was sie sind. Und sie sagen, was wir sind, nicht andersrum. Wenn ich sage, die Kerle, die sie sich holt, das sind Sugar Daddies und sie ist das Sugar Babe und lässt sich von den Jungen aushalten, von den 80-jährigen Typen, dann rastet sie aus und ihre Feminazi-Bubble greift mich dafür an. Andersrum könnte sie mir das aber jederzeit unterstellen. Wenn ich jetzt eine Frau hätte, die 60 wäre, ich bin 32, das sind knapp 30 Jahre Unterschied, von deren Geld ich lebe, dann könnte sie in ihrer Feminazi-Twitter-Bubble den ganzen Tag über mich abrotzen, dass sie meine Sugar-Mami ist und wir Komplexe haben. Da würde sie sich mit der anderen wahrscheinlich noch gut verstehen. So, weiß ich nicht. Das ist egal. Double Standards. Es stinkt halt mega danach. Das hasse ich wie die Pest, Mann. Da abgrenzt von. Also, das ist Definitionsfache. Ich würde sagen, ein Sugar Baby ist meistens tendenziell eine jüngere Frau oder ein Mädchen, die sich wirklich aushalten lässt. Die Gegenleistung dafür ist, dass sie körperliche und meinetwegen auch andere Dienste dem Mann gegenüberbringt und eine beziehungsähnliche Sache mit diesem Mann führt. Und das ist bei mir auf gar keinen Fall. Ich kann mich selber unterhalten und ich suche mir keinen Mann aus, aus dem Aspekt, dass der mir meine Träume erfüllt. Ist es für dich eine Voraussetzung, dass... Hä? Aber sie hat doch gerade gesagt, sie hat Ziele und Träume im Leben und die kann sie nicht mit jemandem verwirklichen, der weniger Geld hat. Also ist es ja dann... Kann sie dann doch Ziele und Träume nur mit dem verwirklichen, der Kohle hat und das dann mit ihr auch macht. Ich verstehe es nicht ganz. Es ist irgendwie seltsam. Aber solange das für sie und die Männer in Ordnung ist, ist mir das scheißegal, ob sie ein Sugar Babe ist und das sind die Sugar Daddies. Es ist mir eigentlich total egal, wenn sie glücklich ist und die Männer auch. Von daher... Wann, auch wenn du keine... kein Sugar Babe bist, aber dass die bezahlen, wenn die essen geht zum Beispiel oder zahlst du auch? Nein, nur der Mann zahlt. Nur der Mann zahlt. Oh Mann, ey, Mädchen. Ich will dich mögen, aber du machst es mir echt schwer. Sie hat einige echt gute Punkte und dann hat sie wieder so ein antiquiertes Weltbild. Aber sie ist ja so offen und so weiter, ne? Und sie fordert ja sicherlich noch Toleranz von uns. Also gerade als Transfrau fordert sie sich garantiert sehr viel Toleranz von uns ein. Von mir kriegt sie die Toleranz. Für mich ist sie eine Frau, Punkt. Aber... Ja, oder da hört die Toleranz auch auf. Also Leute, ganz ehrlich, mit diesem Wertesystem kann ich nichts anfangen. Und ich bin so, dass wenn ich die Kohle habe, dann zahle ich das Essen von mir aus. Aber wenn sie das zur Voraussetzung macht, da muss ich immer lachen, wenn ich sehe, wenn diese TikToks, wenn dann in Amerika ist es ja so, dass du diese Tablets kriegst, zum Bezahlen halt. Und dann hast du ja die Möglichkeit zu splitten oder pay in full. Und er dann so, are we going to have sex tonight? Und entweder sie sagt ja oder nein. Und wenn sie nein sagt, dann so split oder halt full. Wo ich so sage, das ist auch eine gewisse Emanzipation des Mannes. Er kann ja entscheiden, ob er zahlt oder nicht. Und wenn sie sagt, hey, ja klar, lass uns zwiggeln heute Nacht, dann hat er das Recht zu sagen, ja weißt du was, dann zahle ich das im Vollen, im Ganzen. Oder sie zahlt halt ihren Anteil selber. Findet ihr das unfair? Ich nicht. Es ist ein kleines bisschen dreist, schon irgendwo. Aber auf der anderen Seite finde ich es halt dumm, wenn eine Frau erwartet, du zahlst alles für mich, wenn wir ausgehen. Ganz ehrlich. Ihr würdet euch wundern, wie oft, also ich bin so, wie oft das komisch bei Dates ankam oder bei, also ja, Dates kann man schon sagen, wenn ich gesagt habe, jeder zahlt seins. Ja. Das kommt so schlecht an. Da werden so viele Mädchen echt sauer. Oh, gerade beim ersten Date. Gerade beim ersten Date. Warum ist das eigentlich so? Ich könnte ja auch verlangen, dass sie bezahlt, weil warum ist sie so wertvoll, dass ich für sie die Kosten tragen soll? Warum bin ich nicht so wertvoll, dass sie für mich die Kosten trägt? Und da sage ich dann, es ist einfach eine ganz gerechte Lösung und da muss sich auch niemand irgendwie verpflichtet fühlen, wenn jeder seinen Scheiß selber zahlt. Weil wenn dann irgendwas danach passiert und man ist sich nicht ganz grün, dann trennt man sich einfach und man geht seiner Wege und alles ist gut und nicht so, naja, aber ich habe heute für dich bezahlt, so, ich habe dir doch alles bezahlt, ich habe dir Essen ausgegeben und so. Oder andersrum, dass sie sich verpflichtet fühlt, weil er mal den Gönner gespielt hat und hat 120 Euro im Restaurant gelassen, und dann sie dann mal vor ihm auf die Knie gehen muss. Nö. Dann zahlt jeder seins und beide entscheiden sich freiwillig dazu und niemand fühlt sich dem anderen gegenüber verpflichtet. Das ist auch genau dasselbe, weswegen ich nicht zu einer Prostituierten gehe. Nur weil ich Geld auf den Tisch gelegt habe, will ich keinen vorgestellt bekommen, ne? Oh, ja, ja. Sex mit einer Prostituierten kann schon geil sein, aber du gehst halt mit einer, du gehst mit einem gewissen Mindset hin. Wenn du mit dem Piestangstus-Gedanken rangehst, ja. Ja, ja, also du gehst halt hin, du willst eine bestimmte Leistung haben. Das ist so, wie wenn du, ne? Dann sag ich ja da mal aber auch so, spar dir dieses Fake-Gestöne, stöne dann, wenn es für dich geil ist und nicht dann, wenn du meinst, ich, äh, es hilft dir, um fünf Minuten früher wegzukommen. Ja. Manni, ich war noch nie so viel, so froh, so viel vom Stream verpasst zu haben. Die Alte hat jetzt in den kleinen Momenten, die ich Zeit hatte, zehn Facepalms zu verantworten. Hahaha. Oh. Leute, das, äh, ganz ehrlich, das sollte jedem selber überlassen sein, wer die Rechnung zahlt. Ähm, wenn das aber so eine Grundvoraussetzung ist, das ist, jetzt kommt wieder mein, das Stereotyp-Denken, ne? Ich hab diese Person, die Nicolette, hab ich in der Schublade. Jetzt rückt sie immer weiter in diesen Schubladen vor. Dieser Punkt, so nach dem Motto, er zahlt, der Mann muss zahlen, wandert gleich eine Schublade weiter nach rechts in diese, in diese Hard-Feminism-Scheiße. Die rutscht für mich immer weiter ab in diese Richtung. Bei manchen Argumenten kommt sie wieder ein Stück weiter nach vorne, dann kommt sie in eine andere Schublade und wenn sowas kommt, alles klar, wieder einfällt nach hinten. So ein bisschen wie bei 13 Fragen. Uff. Das ist, Leute, bitte macht es nicht. Bitte lebt anders. Macht, macht, macht es nicht. Dieses, der Mann muss, die Frau muss. Es können beide und es sollen beide, aber am besten ist, wenn man kommuniziert und bei sowas wie einer Rechnung im Restaurant sollte nicht der muss, sondern jeder kann. Und am besten ist, wenn beide die Rechnung teilen. Und dann Händchen halten, zusammen nach Hause gehen und das Bett kaputt vögeln. Das ist bei mir, das ist für mich keine Frage der Emanzipation, das ist eine Frage von Benehmen. Du würdest bei mir aus dem Restaurant fliegen. Ach so. Benehmen. Die wird bei mir rausfliegen. Die wäre für mich sowas von uninteressant. Fertig. Und das ist ja ... Wir wollen auch immer wieder von Gentleman gesprochen. Ich glaube, es geht da tatsächlich um so eine ganze bestimmte Lebensweise. Ich habe mich schon mal gewünscht. Sie hat ein bestimmtes Männerbild, das will sie erfüllt sehen. Das hat nichts mit Gentleman zu tun. Ja. Sie hat ein ganz bestimmtes Männerbild und zwar Männer, die ihr sozusagen auch ein bisschen untertänig sind eher. Dass sie für sie zahlen und dass sie machen kann, was sie will und dass die Männer glücklich sind, wenn sie ihnen dann Aufmerksamkeit spendet. und das ist keine Beziehung auf Augenhöhe. Sie will einen Typen, der glücklich ist, dass sie mit ihm zusammen ist und deswegen sie auf Händen trägt. Ja. Dass sie existiert. Ich meine, das ist ja schön, aber das ist ... So wie sie rangeht, so wirtschaftlich fixiert, ist da keine Liebe möglich. Sondern da geht es immer nur um das Finanzielle. Und das ist das, was mich stört. Es sollte die Liebe im Vordergrund stehen. Du trägst keine Liebe in. Für mich oder irgendwen. Ist so, ist so. Dass mein Partner, meine Partnerin etwas reifer wäre. Hm. Ja und nein. Ich habe letztens jemanden kennengelernt, der ist sechs Jahre jünger als ich, aber dieses Verhalten ist auch komplett nicht akzeptabel. Also der ist in diesem Beispiel nicht reif genug? Genau, richtig. Der ist überhaupt nicht reif. Also das ist ... Er ist mit 30 wie ein Kind. Wie ein Teenager mit 15. Also das ganze Verhalten. Vader, hier, das ist ein sehr einseitiges Format. Also das hier ist eine Frauenrunde und die Fragen sind auch so gestellt, dass ein Mann sie teilweise nicht beantworten kann oder darf. Ähm ... Die Zielgruppe, es wird hier definitiv ein sehr falsches Signal an die Zielgruppe gesendet. Wir haben auch letztens bei dem FED-Aktivismus-Video, das gehört eigentlich ... Ich würde jeder Einzelne, die da sitzt, also gerade auch die, die diese Sendung machen, ich würde die Leute entlassen. Wenn ich da, wenn ich Intendant wäre beim SWR. Ich würde mir das Format einmal angucken. Ich hätte diese Sendung gesehen und ich hätte gesagt, so Leute, ihr seid ab morgen auf der Straße und ihr könnt euch auf dem freien Markt ... Weil, noch mal, freier Markt, ja? Das, was wir gerade machen, Grävern und ich, wir werden von niemandem bezahlt, außer von euch. Also ich zumindest, ich lebe vom Stream, so. Und das, was die machen ... Und ich hab das auch vor, so. Das, was die machen, auf dem freien Markt, wenn die jetzt hier auf Twitch sitzen müssten, dann müssen sie Content machen, den noch andere Leute bezahlen wollen. Müssen sie aber nicht. Sie kriegen vom SWR Geld und der SWR kriegt aus öffentlich-rechtlichen Mitteln Geld. Das ist die GEZ, die wir alle zahlen, die Zwangsabgabe, die wir zahlen. Davon leben die und davon können die diese Sendung machen. Das heißt, die haben keine Konkurrenz. Egal, was die machen, egal, was für ein Signal die senden, die kriegen Geld dafür, pauschal. Die haben ein paar gute Videos. Die müssen nur Sendeminuten bringen. Die müssen einfach nur Content bringen. Die müssen einfach nur irgendwas machen. Aber die brauchen sich nicht auf dem freien Markt beweisen. Mit dem, was sie hier zum Beispiel äußern, machten sie sich auf dem freien Markt ja wesentlich angreifbarer als jetzt. Weil, wenn die jetzt auf Twitch tausend Zuschauer hätten und denen ein paar bei mir zugucken würden und ich sitze da und demaskiere diese Weiber für das, was sie da tun, für die Scheiße, die sie machen, dann verlieren sie vielleicht Zuschauer. Ergo auch Geld und müssen vielleicht irgendwann einsehen, dass der Content, den sie machen, nicht so geil ist und sich vielleicht ein bisschen anpassen. Vielleicht auch aufpassen, was für Meinungen sie nach außen hin vertreten. Daphne, vielen, vielen Dank für dein Follow. Das haben sie aber nicht. Die haben keinen Druck. Die kriegen pauschal, kriegen die Geld für das, was sie da tun. Öffentlich-rechtliches Geld. Euer Geld, mein Geld, Steuergeld, das wir zahlen, GEZ, wird dafür rausgepulvert und das finde ich scheiße, dass die sich nicht einem unabhängigen Gremium, also zum Beispiel uns als Zuschauern stellen müssen, sondern dass die unter anderem dadurch, dass sie beim SWR sind, dass sie mit 26.500 Abonnenten den Partnerhaken bei YouTube kriegen. Das ist ein Merkmal, das man bei fast allen Funkkanälen oder den Kanälen der Öffentlich-Rechtlichen sehen kann. Da sind Kanäle dabei, die haben vielleicht 10.000 Follower und haben schon dieses Häkchen. Es gibt Kanäle, die mehrere hunderttausend haben und noch keinen Haken kriegen. Das ist halt, da steckt was dahinter. Und Häkchen heißt unter anderem, dass du die Werbeeinnahmen nochmal extra steuern kannst. Die dürfen halt keine Werbeeinnahmen einnehmen, also außer, ich weiß jetzt nicht, wie es bei denen ist, weil die ja sind ja nicht so ganz offiziell im Öffentlich-Rechtlichen, also das ist wahrscheinlich eine Grauzone, aber da, wo Funk draufsteht, die dürfen eigentlich mit den Werbeeinnahmen nichts machen. Dürfen sie so nicht einnehmen, soweit ich weiß. Auch da gibt es vielleicht auch wieder eine Grauzone. Aber es ist egal, sie haben die Konkurrenz, der wir uns stellen müssen, die haben sie gar nicht. Sie können nichts verlieren, egal was sie machen, egal was für eine Scheiße sie machen, sie kriegen Geld dafür. Das macht mich traurig und macht auch Angst. Finde ich schade, so eine Entwicklung. Wenn man etwas schreibt, was ihm nicht passt, dann wird man sofort blockiert. Okay. Genau, dann wird man wieder entblockt. Dann schreibt man irgendwas, dann wird man gleichzeitig nicht mal eine Minute später wieder blockiert. Dann wird man nochmal entblockt. Ich würde mit so einem Menschen genau so lange schreiben, bis ich geblockt wäre und danach würde ich den Menschen blocken und dann nie wieder mit ihm schreiben. Ich wollte gerade sagen, sie ist ja selber dumm genug, dass er da mitmacht bei dem Spiel. Sie sucht das ja anscheinend. Das ist ein verzweifelter Versuch von ihm, Kontrolle zu erlangen. Ja. Aber vielleicht ist es ja auch der einzige Weg, um sie mal zum Schweigen zu bringen. Ich wollte gerade sagen, es ist vielleicht auch die Möglichkeit, ihrem recht übergriffigen Verhalten zu begegnen. Also das ist halt eine schwierige Situation. Aber wenn es so ist, wie sie es jetzt darstellt, wie sie es jetzt darstellt, dann ist sie mindestens genauso krank, dass sie die ganze Zeit auf den Typen eingeht. Für mich wäre da, nach einmal blocken wäre Schluss. Fertig. Dann rede ich mit den Menschen nicht mehr. Affiges Gehabe. Bist du ein Kind? Tschüss. Das geht noch ein paar Minuten. Das sind Verhaltensweisen, mich irgendwann beleidigen, wenn ich nicht darauf reagiere. Da frage ich mich, ob das wirklich was mit dem Alter zu tun hat. Du hast auch gesagt, du wünschst dir manchmal, dass dein Partner... Nee, nicht auf meine jetzige Beziehung gezogen. Aber grundsätzlich hast du dir das schon mal gewünscht? Grundsätzlich war ich auch schon mal in einer Beziehung, da war mein Partner, glaube ich, auch ein bisschen jünger als ich. Und sowas fällt mir dann besonders in der Streitkultur einfach dann auf, wo du dann einfach merkst, okay, wenn es dann zu Konfliktsituationen kommt, wenn du mit jüngeren Menschen zusammen bist, es ist einfach unausgeglichen. Es ist einfach eine andere Art zu diskutieren, Sachen zu handeln, Situationen zu regeln, über Gefühle auch zu kommunizieren und all sowas geht, glaube ich, besser, wenn man ein bisschen älter oder ein bisschen weiter ist. Nein, nein, das hat mit dem Alter nichts zu tun. Das hat was damit zu tun, wie ihr beide gelernt habt, zu kommunizieren. Du kannst vor einem 50-jährigen Menschen sitzen, der kriegt das Maul nicht auf und kommuniziert nicht. Du kannst vor einem 20-jährigen Menschen sitzen, der alles offen und ehrlich kommuniziert und zwar so sehr, dass du selber vielleicht damit überfordert bist und so, wow, das ist jetzt ein bisschen zu viel Ehrlichkeit. Ich sage von mir auch selbst immer, ich bin ein Backfisch, ich kriege nicht mit, hört mir diesen Subtext-Scheißen-Blödsinn auf da, kriege ich nicht mit, beziehungsweise nicht immer. Dann, wenn ich die Ruhe dafür habe, ja, dann kriege ich es mit, aber doch nicht irgendwo in einer Nachricht, in einer Voicemail oder sonst irgendwie was, wenn ich die Körperhaltung dazu nicht sehe und so weiter, schreib mir doch an, beziehungsweise dann sucht das Gespräch, bumm. So, sind die Mädels immer erst so, ja, ist ja verständlich und so weiter und was passiert, fünf Tage später wird mir irgendein Strick aus irgendwas gedreht, wo einfach nur eine Misskommunikation stattgefunden hat. Was man hätte vermeiden können, hätte man miteinander darüber gesprochen. Ich meine, der Untertext, der hier steht, also sie findet, dass Menschen in einer Beziehung eine ähnliche emotionale Reife haben sollten. Auch das muss nicht mal unbedingt sein. Da kommt es auch wieder auf die Kommunikation an. Es kann wirklich dieses Klischeebild sein, sehr erfahrener Partner und sehr unerfahrener Partner, der keine Ahnung hat. Wenn der unerfahrene Partner sich auf den Erfahrenen einlässt und dem Partner vertraut und der erfahrene Partner die Zügel richtig in der Hand hält und mit Verantwortung umgehen kann und den unerfahrenen Partner an die Hand nimmt, dann ist das nicht schlimm. Dann bringt nämlich der erfahrene Partner dem Unerfahrenen auch das Kommunizieren bei und zeigt dem, das geht und das geht nicht und dann geht es um deine Gefühle und so weiter. Die musst du mir immer mitteilen. Also ja und nein. Es kommt immer auf die beiden Individuen an, die da in einer Beziehung sind. Es können auch zwei Leute sein, die richtig gut kommunizieren können und es funktioniert trotzdem nicht, weil zwischen Kommunikation und der Umsetzung von Beziehungsideen, Konzepten, was auch immer, liegt ja auch nochmal eine Welt dazwischen. Ich kann, keine Ahnung, ich kann tausendmal meiner Freundin sagen oder meiner Frau sagen, du, Fremdkind finde ich scheiße und sie fügelt trotzdem jedes Mal den Briefträger oder so. Dann, ja, wunderbar kommuniziert. Sie weiß, ich finde es scheiße, ich habe es ausgedrückt. Sie macht es trotzdem. Ja, dann ist es trotzdem noch nicht gewonnen, das Ding. Es kommt darauf an, wie beide Menschen damit umgehen. Da ist nicht mal die Reife so wichtig, sondern es kann sein, dass da ein unreifer Mensch ist, der aber vom Mindset her der Beziehung zuträglich ist. Gerade wenn ich jetzt an Dominanz und Unterwerfung denke, du hast es eben sehr häufig, dass da Menschen sind, die keine Ahnung haben, aber die kann man wunderbar an die Hand nehmen und daraus kann eine wunderbare Beziehung entstehen. Eine sehr gesunde sogar. Also das ist so individuell, dass sich das fast nicht pauschalisieren lässt. Das ist sehr schwierig. Na, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass es tatsächlich emotionale Reife hat. Manchmal hat es was mit dem Alter zu tun, in den meisten Fällen nicht. Wie weit jemand tatsächlich vor allen Dingen Emotionales hat in den seltensten Fällen. Also sie finde ich jetzt so mit am vernünftigsten aus der Runde. Ja, sie ist ja auch eine der beiden Moderatorinnen und sie fand ich bisher eigentlich immer so, dass sie doch recht gemäßigt unterwegs ist. Also sie sieht ein, sie hat ihre Denke, aber sie akzeptiert irgendwo, dass es auch andere Konzepte und Wege gibt. Und das finde ich richtig. Die Gäste sind meistens sehr, sehr schwierig, die sie sich laden, weil die sind so festgefahren in ihren Ansichten. Meine Fresse. Ich bin froh, dass die kein politisches Amt haben. Alter, wir werden wahrscheinlich binnen Wochen wieder in einem Weltkrieg drin, ey. Ich glaube, eines der größten Beziehungskonflikte ist, wenn, also ich muss das jetzt mal lapidar aussprechen, wenn klug und doof aufeinandertreffen und emotionale Intelligenz und Konfliktmanagement gehört da einfach mit dazu. Punkt. Nö. Nicht mal unbedingt das. Weil klug und doof kann auch wunderbar funktionieren, wenn doof das macht, was klug möchte. Wenn doof seine Rolle doof auch weiter beibehält, beibehält und, aber das ist ja das, wie Dunning-Kruger sagtest du, ne? Wenn der Dove denkt, er ist der Klugel. Ja. So, und wenn der Dovi dann meint, er hat die Zügel der Beziehung in der Hand und versucht, die Beziehung zu leiten und fährt die in den Abgrund. Manche führen, manche folgen. Und wenn der, der führt, führen kann und der, der folgt, vernünftig folgt, dann funktioniert das auch. Oder es ist eine Beziehung auf absolute Augenhöhe und beide sind sich einig so. Sehe ich aber in den seltensten Fällen. Es gibt immer, jeder hat so seine, seine Bereiche, in denen er glänzen kann und dann muss der andere ihm auch diese Bereiche lassen und nicht der Meinung sein, die Zügel komplett an sich zu reißen. und ich mache das viel besser als wie du und mache das nur schlechter und schlimmer. Ich habe in meinem Partner schon mal Parallelen zu meinem Vater entdeckt. Mausi? Ja? Hadi? Dann sagt er direkt mal. Eher auch ein bisschen schüchterner und eher ein bisschen zurückhaltender als ich und meine Mutter zum Beispiel. Und ja, auf jeden Fall glaube ich, dass du es so hast. Die sind beide total nette Männer einfach und das finde ich gut. Und hast du das Gefühl, dass du dir auch unbewusst vielleicht auch jemanden gesucht hast, der so ein bisschen sozusagen deinem Papa nachkommt? Vielleicht ist es der umgekehrte Daddy, was ist das? Umgekehrte Daddy-Issue, dass man sagt so, oh, ich will auf jemanden, auf jeden Fall niemanden, der mich so ganz komisch behandelt. So, ne? Ich will, dass jemand genauso nett ist zu mir wie mein Papa und das hat sehr gut funktioniert. Und wie sieht es bei dir aus? Hast du schon Parallelen zu deinem Vater entdeckt bei Partnern, die du hattest? Bei diesem letzten Partner jetzt, den ich kennengelernt habe, merke ich, er hat sehr viele Parallelen zu meinem Vater. Und zwar sind tatsächlich, leider muss ich sagen, sind beide Narzissten auf irgendeine Art und Weise. Der blockiert dich aber nicht, dein Vater, oder? Nee, also ich glaube, also meine Eltern sind beide sehr egoistisch und sehr selbstverliebt. Und ich... Hm. Das mit dem schmalen Wissen, das ich über sie habe, wäre das, was ich hier auch attestieren würde. Einfach nur, weil ich sie so mega frech und übergriffig finde. Puh. Ich glaube, dass diese Person auch so egoistisch und sehr selbstverliebt ist. Also alles muss sich um diese Person drehen. Wie sieht es bei dir aus? Du hast es schon gehabt? Aber, aber, aber sie doch auch. Also da muss ich Whataboutism anfassen hier. Sie doch auch. Ich glaube, das hat sie voll... Ich meine, es sind dieselben Gene, Leute. Ich glaube auch, dass die meisten Menschen Mutter und Vater heiraten. Man sagt es ja, es ist ja so ein Sprichwort, so eine Floskel, wir heiraten immer unsere Eltern. Oder halt eben nicht, genau das Gegenteil. Genau, es kann auch sein, dass man da genau das Gegenteil macht. Aber mein Vater ist auch ein sehr emotionaler, intelligenter Mensch, der mich abgöttisch liebt und immer für mich da ist. Ich habe von meinem Vater viele Streicheleinheiten erfahren, einen großen Beschützerinstinkt und das ist das, was wir doch alle toll finden bei einem Mann. Okay. So ihr Lieben, jetzt kommen wir zu den Community-Stories. Ich bin 13 Jahre älter als mein Freund und finde trotz des großen Unterschieds eigentlich viel Gefallen daran. Trotzdem komme ich mir manchmal vor, als würde ich ihn bemuttern. Kann aber auch gut sein, dass das von mir ausgeht und nicht von ihm. Hat damit schon jemand von euch Erfahrungen gemacht? Wie kann ich das abstellen? Das ist eigentlich eher eine Frage eben des Beziehungskonzepts. Wer in der Beziehung der dominantere Part ist, wer ein bisschen mehr die Hosen anhat. Wenn ich meine Mausi nehme, wir sind drei Jahre auseinander und manchmal fühle ich mich so, als wenn ich ihr verdammter Vater wäre in manchen Situationen. Wenn sie dann wieder bockig ist und ich sage, du machst das jedes Mal, machst du das so. Hör doch auf damit. Ich sage es dir immer wieder, mach das anders. Und sie so, aber ich mache das immer so. Und ich so, nein, du machst das jetzt, ab heute machst du das anders. Kommt einem das vielleicht manchmal so vor, dass man seinem Partner sich gegenüber so fühlt, als hätte man eine andere Rolle? Sicherlich kommt das vor. Und wir sind nur drei Jahre auseinander. Ich glaube, das fällt eben nicht in diesen Bereich rein, so voll weit auseinander. Uh, krass. Das hat mit dem Alter nichts zu tun. Das hat was mit dem Konstrukt der Beziehung zu tun, in der ihr euch befindet. Und gerade dem etwas dominanteren Partner wird es immer wieder vorkommen, dass er sich um den anderen etwas anders kümmern muss, als das vielleicht in einer Beziehung wäre. Aber nur vorkommen, das ist nur ein Gefühl. Das heißt nicht, dass es so ist. Und dass der Gedanke aufkommt, boah, heute muss ich mich wieder aufführen, wie ihr Daddy, so nach dem Motto. Oder wie ihre Mama oder seine Mama, so. Kann sein. Hier aus Köln. Also ich glaube, dass man grundsätzlich so eine Art übersteigertes Verantwortungsgefühl für seine PartnerInnen ablegen sollte. Natürlich sind wir immer ein Stück weit für die Menschen, mit denen wir zusammen sind, auch mitverantwortlich. Ich glaube, das ist der Deal, den man eingeht, wenn man in eine Beziehung geht. Aber das ist dann immer eher etwas, was auf Augenhöhe stattfinden sollte. Und was ich da bemerke, ist aber schon irgendwo ein Gefälle. Also wenn sie sagt, ich habe das Gefühl, diese Person zu bemuttern. Und da muss sie schon aufpassen, dass sie sich a. nicht selber in diese Rolle drängt, aber auch nicht da reingedrängt wird. Weil ich glaube, das ist nicht gesund für eine Beziehung. Ich kenne Leute, die bemuttern sind, die wirklich immer alles abnehmen wollen. Also ich glaube, das ist so ein Charakterzug, den man hat. Da habe ich irgendwie das Gefühl mal hier. Du hast unbedingt mit dem Alter, in dem Fall, wenn du jetzt 13 Jahre älter bist als dein Partner und deswegen dann noch mehr das Gefühl hast, das Gefühl ich basteln. Aber das ist wahrscheinlich einfach ein Charakterzug von dir und wie Hadnett sagt, muss man halt einfach gucken, ob du eine gewisse Grenze überschreitest, dass man sozusagen nicht das Leben des Partners mitlebt. Aber grundsätzlich ist ja, finde ich das eigentlich eine schöne Eigenschaft, sich so ein bisschen zu kümmern, oder? Was würdest du sagen, Tascha? Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch eine Freundin, dessen Freund, deren Freund, glaube ich, 15 Jahre jünger ist und da ist auch genau dasselbe Problem, nämlich, dass sie aber auch irgendwann die Beziehung beendet hat, weil sie das Gefühl hatte, dass sie die Mutter ist in dieser Beziehung. Es ist einfach unfassbar wichtig, dass man in einer Beziehung, egal wie alt man ist, dass jeder sein eigenes Leben führt. Ich gehe halt da rein, ich bin selber eine gestandene Frau, ich habe alle meine Sachen am Start, ich kann auch alleine ganz perfekt überleben, aber es ist noch viel schöner, wenn jemand dazukommt, der mir ähnlich ist und wo wir uns auf Augenhöhe begegnen können und wo wir dann gemeinsam das Leben auf diesem Standing halt weiterführen können. Deswegen, ich würde mit euch beiden gehen und genau dasselbe raten. Ich muss gestehen, dass ich am geilsten die Beziehungen finde, die man nicht auf Augenhöhe führt. Aus einem Grund. Es kommt immer auf den Lebensbereich an. Es kommt auf den Lebensbereich an. Aber man ist, glaube ich, nie komplett auf einer Augenhöhe. Ich habe gar kein Problem damit, wenn ein Mädchen zu mir aufschaut. Es ist aber auch dann wieder eine Verantwortung, die man übernimmt, diesen Menschen an die Hand zu nehmen und auch zu einer gewissen Selbstständigkeit natürlich zu animieren und zu führen. Aber gleichzeitig, wie soll man das beschreiben? Es können nicht beide gleichzeitig dasselbe Fahrzeug lenken. Funktioniert nicht. Es werden nicht immer beide einer Meinung sein. Und manchmal, manchmal, muss man einen Weg gehen und dann kann man hinterher darüber sprechen, ob der Weg gut war oder nicht und zusammen halt entscheiden. Weiß nicht, du bleibst ja nicht mitten auf der Kreuzung stehen und ihr diskutiert beide, ob ihr nach rechts oder links fahrt, sondern manchmal muss man einfach erstmal fahren und wenn man sich verfahren hat, dann ändert man die Richtung und dann muss, das ist wieder das, was ich mit dem Dominanten meine, er muss mit der Verantwortung umgehen können und wenn er einen Fehler macht, dann muss er diesen Fehler auch wieder ausbessern, ausmerzen und nicht einfach weiter durchziehen. Ja, aber ich bin hier der Macher, in der Beziehung. Wir machen trotzdem weiter. Nee. Jetzt gerne du, Baby. Jetzt habe ich den Faden gerade verloren. Sorry. Alles gut. Entschuldige euch nicht für sowas. Wie habe ich schon gesagt, entschuldige euch nicht für sowas. Das ist auch sowas, was in unserer Beziehung nicht stimmt, dieses permanente Entschuldigung. Halt die Fresse. Führe eine Beziehung auf Augenhöhe, musste noch nie diskutieren, für mich funktioniert es. Auch in einer Beziehung, die nicht auf Augenhöhe ist, muss man nicht unbedingt diskutieren. Ich würde auch gar nicht die Wertigkeit einer Beziehung davon abhängig machen, ob sie 100% gleichberechtigt auf Augenhöhe und bla. Jeder hat das, was er gut kann, für sich. Ich finde, was ich nicht geil finde, ist, wenn so eine extreme Abhängigkeit ist. Das mag auch der Grevy nicht. ein Mensch, mit dem man eine Beziehung eingeht, der muss alleine auch gut leben können. Aber das Schöne an der Beziehung ist doch, dass man wunderbar alleine leben kann, aber ohne den anderen gar nicht mehr leben möchte. Das ist doch das Schöne daran, dass man gar nicht das Bedürfnis hat, ohne den anderen noch leben zu wollen. Das macht doch eine Beziehung auch schön. Das ist ja erst der Grund, warum eine Beziehung eingeht. Ich mache eine Beziehung nicht, weil ich das praktisch finde. Eine Beziehung ist mega unpraktisch. Eine richtige Beziehung ist viel Arbeit. Marzipankartoffel! Ich wünsche dir auch ein wunderschönes Wochenende. 10,50 Euro. Ausrufezeichen Liebe für Marzipankartoffel mit 10,50 Euro. Dankeschön! Lieber! Lieber! Du kriegst direkt deine zwei Kniebeuge. Ich schreibe sie mal raus, weil ich kann sie gar nicht schreiben. Lieber! Hier, pro 5 Euro Donation gibt es eine Kniebeuge mit 100 Kilo auf der Stange. Vielen, vielen Dank! Marzipankartoffel, 10,50 Euro. Ich mache sie direkt und dann können wir weiterquatschen. Und dann kann ich sie Beziehung auf Augenhöhe. Die Qualität einer Beziehung ist an sowas nicht zu messen, glaube ich. Das müssen beide Partner für sich jeweils einschätzen. Okay. 100, Xeno. 100. Kommen wir zur nächsten Frage. Nicolette, magst du? Mein Freund ist fast 20 Jahre älter als ich. Seine letzte Beziehung war etwas älter als ich, aber immer noch um einiges jünger als er. Okay. Von ihr hat er sich getrennt, weil es ihm zu einfältig wurde. Nun habe ich Angst, dass das bei uns auch passiert. Bisher unbegründet, aber man hört ja doch öfter davon, dass sich vor allem ältere, viele Männer immer wieder jüngere Frauen suchen. Würdet ihr an meiner Stelle eher das Gespräch oder das Weite suchen? Linda aus Stuttgart. Linda, wenn du schon so eine selten dämliche Frage stellst, möchte ich mit dir nicht zusammen sein. Ist das Lindas Ernst? Also Linda aus Stuttgart, falls du das hier jemals sehen solltest. Ist das dein verfickter Ernst, dass du die Five Souls um Rat fragst oder in der Community fragst, ob du das Gespräch suchen solltest oder das Weite? Meine Frage ist, wo möchtest du denn hin? Wo möchtest du denn hin mit der Beziehung? Was ist dein Begehr? Die Frage, allein die Frage zu stellen, soll ich mit ihm reden oder soll ich einfach gehen? Hä? Das wäre was anderes, wenn er jeden Tag sich eine 45er Glashülse hinterdübeln würde und würde sie verprügeln, grün und blau schlagen. Da würde ich sagen, Gespräch suchen eher weniger. Such das Weite. Aber wenn dich an der Beziehung was stört, dann ist es deine Aufgabe, daran zu arbeiten und es deinem Partner mitzuteilen, weil für ihn ist wahrscheinlich alles voll in Ordnung. Vor allem sie hat erst mal nur eine Befürchtung, dass das so wird. Da stand nichts von Anzeichen oder sonst irgendwas. Sie hat eine Befürchtung geäußert. Ja. Einfach reden. Hilft sehr häufig. Überraschung. Ist krass, ne? Also, das zeigt aber auch, welches Klientel die ansprechen mit diesem Format, ne? Ja. Die Frage zu stellen, soll ich mit ihm darüber reden? Also ich bin da mir ein bisschen unsicher in der Sache, soll ich jetzt reden oder einfach gehen? Ganz toll. Also, die Beziehung möchte ich echt nicht sehen, Alter. Nee. Ach, Bruder. Schon ein geiler Shit. Also, ich denke, wenn sie sich die Frage stellt, ob sie gehen soll oder ob sie das Gespräch suchen sollen, dann hat sie, glaube ich, schon eine Entscheidung getroffen. Dann soll sie einfach gehen, wenn sie sich schon darüber Gedanken gemacht hat. Weil ich finde, das Gespräch zu suchen bringt, also würde für mich gar nichts bringen. Okay, Halt, 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 Jasmina. Halt, 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 Halt. Bevor wir und Belinda jetzt raten, sich von ihrem Partner zu trennen, die stellt ihr nur eine Frage, ja? Und stellt ihr nur ein bisschen Angst. Die hat ja letztendlich nur ein bisschen Angst und braucht ein bisschen Unterstützung von uns. Und ihre Frage ist wahrscheinlich, wenn ich jetzt älter werde, Verlässt er mich, weil ich ihm dann zu alt geworden bin. Vielleicht sollte man das Gespräch suchen. Was sagst du dazu, Hadi? Es gab ja überhaupt noch gar keinen Anlass, wirklich das zu glauben, ne? Insofern, Linda, weiß ich nicht, ob das irgendwie ein Szenario ist, was sich nur in deinem Kopf abspielt. Weil bis jetzt... Und das ist alles nur in meinem Kopf. Und ich meine, viel scheint nicht drin zu sein, wenn man dort an so einem Ort so eine Frage stellt. Tut mir leid. Er ist jung und ich hänge am Tropf. Hast du uns noch keine wirkliche Red Flag nennen können? Nee, eben. Und dann würde ich eher gucken, dass diese Sorge nicht eine sich selbsterfüllende Prophezeiung wird, ne? Ich wäre gern länger noch geblieben, doch lieber habe ich einen dummen Kommentar geschrieben. Das ist alles nur in meinem Kopf. Jetzt ist sie übrigens Single. Also die schwarzen Frauen im Fernsehen haben gesagt... Andersrum. Die schwarzen Frauen im Internet haben gesagt, ich soll dich verlassen. Ja, das wäre es halt wirklich. Oh, oh, Schwester! Wenn du das Gefühl hast, dass das passieren könnte, dann mach einfach Schluss! Das wäre genau dieselbe Logik wie die Frau, die nachts träumt, ihr Mann ist ihr fremdgegangen und sie ist ihm dann 14 Tage böse deswegen... Mach auf und knock ihn erstmal ein. Ja, ja. Du schwein einfach! Und dann auch noch mit meiner Schwester! Und er so... Was? Hat gerade von Apex geträumt, weißt du? Apex Predator? Oh, Dübel im Baumarkt. Weil wir zum... Oh, Wirt bringt nächste Woche neue Bits raus, da bin ich total geil drauf. Du schwein! Was hab ich jetzt schon wieder gemacht? Wie erklär ich ihr jetzt, dass ich schon wieder einen neuen 3D-Drucker Ja! Wie geht's dir, Beast Mode Gaming, Mann? Dass man vielleicht noch unterbewusst anfängt, irgendwie dumm zu arbeiten, aber bis jetzt ist doch alles gut. Also insofern kannst du vielleicht einmal, wenn du wirklich ein Gespräch suchen möchtest, thematisieren, so, hey, irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, sind das die Ängste, mit denen ich jetzt hier gerade sitze? Was können wir da machen? Ich finde, du musst nicht hingehen und sagen, ey, ich glaub, ich hab Angst, wenn ich älter werde, dass du mich dann verlässt, weil das ist so eine rein hypothetische Sache, die so weit noch wegliegt, dass es gar keinen Sinn macht, da jetzt eine Diskussion anzufangen, weil es... Boah, Alter, wie kompliziert machen die das? Fakt ist, er hat mal eine gehabt, die ein kleines bisschen älter ist als sie und hat die verlassen, weil sie, weil's nicht passt. Ja, dann geh ich jetzt hin als Partner und rede mit meinem Partner drüber, warum und wieso und werte oder arbeite diese, diese, diese Trennung, diese Beziehung, die ehemalige auf. Punkt. Danke. Nächstes Beispiel bitte. Rede mit deinem Partner darüber. Du musst deinem Partner natürlich nicht sagen, verlässt du mich dann, wenn ich in drei Jahren, drei Jahre älter bin? Sondern du lotest mal aus, was das für ein Mensch ist, mit dem du dich da äh, eingelassen hast. Hä? Wie wäre das? Macht man sowieso jeden Tag. Mein Gott, Kommunikation in der Beziehung muss so schwierig sein, für mich ist das selbstverständlich. Ich muss ein halber Gott sein, Alter, wenn ich so was lese oder höre. Auf was basiert das? Auf nichts? Gerne, das bei Ratio. Ich finde, man muss auch irgendwann einfach mal die Werte der Beziehung hinterfragen. Warum sind wir jetzt letzten Endes zusammen? Der Grund, warum man zusammenkommt, ist immer der eine, warum man hinterher zusammen ist, ist der andere. warum hast du dich in mich verliebt? Oder so einen geilen Arsch hast. Und wenn der Arsch mal nicht mehr so geil ist? Versuche mir eine Jüngere. Was? Nein. Ich finde, ich finde es aber gerade lustig, dass von ihr, die so viel Wert auf das Wirtschaftliche und Finanzielle legt, ja, man kommt ja nur wegen dem einen zusammen. Sie hat nicht gesagt, weswegen? Also sie hat nicht gesagt, wegen Liebe oder wegen Geld. Obwohl ich bei ihr mittlerweile eher in Richtung Geld tendiere. Es tut mir leid. Sie hat halt so ein Bild gezeichnet von sich. Ich bin ein schlimmer Mensch. Ich bin ein schlimmer Mensch. Dass man älter wird oder dass Dinge sich verändern, sind normal. Und wenn ich deswegen in Furcht lebe, dass mein Partner mich deswegen sitzen lässt, dann habe ich vielleicht keine Beziehung. Aber ich kann auch sagen, dass ich werde älter und mein Partner wird auch älter. Also der Altersunterschied bleibt immer, ich bleibe immer die jüngere Frau. Das Alter ist scheißegal. Wenn mein Partner dann irgendwann trotzdem meint, er müsste sich mit einer noch jüngeren rüsten und brüsten. Nimm die die, nimm die sich Silver Desperation. Dann ist das nicht mehr die Beziehung, die ich wollte. Ich würde da gar keinen Diskussionspunkt draus machen. Das ist so hausgemachter Ärger. Hast du gehört, Linda? Das ist eure Bubble, das ist eure Filterblase, Leute. Das sind die Leute, die ihr bedient mit euren Sendungen. Danke. Nicht darüber reden. Bleib länger. Schade. Mein Ex-Mann ist 42, seine neue Freundin 28 und damit altersmäßig viel näher an unserer 21-jährigen Tochter als an uns dran. und und who the fuck cares? Wir waren schon vorher getrennt, deshalb ist mir das im Prinzip hier egal, aber meine Tochter stört sich sehr daran. Ja, die Tochter stört sich daran. Na klar. Ich frag für einen Freund, ne? Ich frag für ein Schulprojekt. Klar, sie fragt für ihre 21-jährige Tochter. Komisch. Warum fragt er nicht ihre 21-jährige Tochter? Warum steht da nicht mein Papa ist 42 und seine neue Freundin ist 28? Irgendwie find ich das komisch. Weil ihre 21-jährige Tochter sich niemals von so einem Kaffeekränz den Tipps holen würde. Ja, wahrscheinlich weil ihre 21-jährige Tochter auch was Wichtigeres zu tun hat, als sich mit dem Scheiß zu beschäftigen. Die ist 21, die ist wahrscheinlich raus aus dem Haus. Das kümmert die Null, Alter. Die ist läufig, die ist um die Büsche. Wahrscheinlich. Oder die macht ihr Studium oder geht arbeiten, während ihre Mutter zu Hause sitzt. Mein Mann hat jetzt eine Jüngere. Das kann ich sein. Und da mit feuerrotem Kopf und dann so, naja, aber ich frag für meine Tochter, was würdet ihr tun? Was würde ich tun? Gar nichts. Lass den Mann leben, wie er leben möchte, Alter. Und wenn deine Tochter ein Problem damit hat, dann soll sie das mit deinem Ex-Mann bequatschen und mit seiner neuen Freundin vielleicht noch, je nachdem, wie dieses Familienkonzept da aufgestellt ist. Das ist eine Sache, wenn das deine Tochter stört, dann klärt deine Tochter das. Die ist 21, ist eine starke, unabhängige Frau, die wird von ihrem Mund aufmachen können, oder? Ich hoffe es. Ich gehe einfach davon aus, sie ist 21, die ist mündig, die darf. Bitte schön. Dann soll sie ihrem Vater das sagen. Wenn ich eine Tochter hätte und die käme an, du Papa, wieso hast du nur eine Frau, die jünger ist? Dann würde ich sagen, weil ich sie schön finde. Problem damit? Weil ich mich total gut mit ihr verstehe. Deine Mutter ist ein altes Schabracker, die gar nicht mehr rausgeht. Die hat nur noch ein Thema putzen, 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 ihren Buch, Club und ihren Rotwein. Deine Mutter hat mich immer unter Druck gesetzt und hat mir kein schönes Gefühl mehr gegeben. Das war auch damals Samenraub im Kleiderschrank bei einem Teppichhändler. Es hat halt einfach nicht mehr gepasst, Kind. Und mit der neuen passt es einfach. Und die ist halt ein bisschen älter als du. Na und? Ich fick ja nicht dich, oder? Na egal. Warum eigentlich nicht, Papa? Das ist der falsche Film, mein Kind. Ich hab nicht Bombe mit denen. Das ist Content für Onlyfans. Content immer. Bombe. Ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Er hat immer Bock auf. Ich hab immer mit denen abgehangen. Das war immer geil. Aber trotzdem, das Problem hier, kannst du es verstehen, dass die Tochter ein Problem hat? Total, total, ja. Nö, also ich kann verstehen, dass die Tochter ein Problem hat. Ich kann aber nicht verstehen, dass die Mutter jetzt stellvertretend für die Tochter in den Mund aufmachen, mein zu müssen. Das riecht einfach eher nach Eifersucht hier. Was rätst du, Corinne, aus Mainz? Ich glaube, das Gespräch mit der Tochter zu suchen. Denn wenn die Tochter selber schon 21 ist, ist sie erwachsen. Und so schwer uns das manchmal auch fällt, die Beziehung unserer Eltern ist nicht unsere Beziehung. Und wir müssen da irgendwann drüber wegklettern. Das ist nicht mehr mein Dir. Ist gerade nicht Thema Desperation. Das Gespräch muss man suchen. Aber jetzt ist die Frage, sollte Corinne das Gespräch mit ihrer Tochter suchen? Nein, ich würde sagen, die Mutter, würde ich vorschlagen, sucht das Gespräch mit ihrer 21-jährigen Tochter. Wenn der Vater empathisch ist, sucht er das Ganze vielleicht auch noch. Und dann muss diese junge Frau mit 21... Wenn er empathisch ist, wenn seine Tochter gar keine Anstalten macht und er das nicht wissen kann, dann bringt ihm seine Scheiß-Empathie auch nichts. Vor allem, weil das Problem hier von seiner Frau ausgeht und nicht von der Tochter. Sonst würde die Tochter das kommunizieren. Leute, macht den Mund auf. Wenn euch irgendwas stört, redet mit den Menschen. Einfach reden. Und nicht über drei Ecken. Fragt nicht bei Five Souls nach. Die werden euch nicht helfen. Ja, ist schön, dass die hier vielleicht einen Ratschlag geben, aber der Ratschlag, den sie geben, ja, redet doch miteinander. Überraschung. Da hätte man gleich drauf kommen können, oder? Einfach miteinander reden. So kompliziert kann es nicht sein. Und wenn die Tochter ein Problem hat und am Vater gut dran steht, na, dann wird sie ihm das wohl sagen können. Die Reaktion, das ist eher so, 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 wie das, so wie die Mädchen das früher gemacht haben, wenn die sich mit dir gezankt haben. Die haben die Tür aufgerissen, reingeschrien und sofort die Tür wieder zugeknallt. Die wollen so hintenrum so eine feige Guerilla-Taktik eigentlich machen. Macht die Mutter gerade. Anstatt sie die Konfrontation in der Familie sucht und ein vernünftiges, klärendes Gespräch oder dass sie ihre Tochter dazu einhält, machen die das hintenrum. So Stellvertreter-Krieg-mäßig so. Dass andere jetzt sagen, was sie machen soll, das ist so feige und hinterlustig einfach. Leute, setzt euch hin und redet. Macht eure Mäule auf. Redet miteinander. Na klar, wenn ihr jetzt einen Ex-Partner habt und ihr, keine Ahnung, kreidet dem seinen jetzigen Lebenswandel an, dann müsst ihr euch auch darauf einstellen, dass vielleicht was von dem zurückkommt. So nach dem Motto, das geht dich gar nichts an, was ich in meinem Leben mache. Das hat dich nicht zu interessieren. Das ist mein Leben. Und wenn meine Tochter was stört, dann sagt meine Tochter mir das und nicht du. Hier in dem Fall, wette ich mit euch, hat die Mutter das Problem und nicht die Tochter. Die ist 21, die wird alt genug sein. nicht akzeptieren, dass ihr Vater nun sein eigenes Ding dreht und dass das eine Aufgabe ist. Punkt. Ich finde, es wird immer schwierig, wenn man das Gefühl hat, es geht um irgendwie Macht, Unterdrückung oder Abhängigkeiten. Das sind natürlich andere Themen, finde ich. Da muss man nochmal genauer hingucken. Aber wenn zwei Menschen, ob die Frau jetzt älter ist oder der Mann älter ist, sich dafür entscheiden, eine Beziehung zu führen, finde ich, sollte man... Kann man Desperation, kann man. Im Grunde genommen macht das Alter keinen Unterschied und sollte eigentlich keine Rolle spielen. Ich empfehle sie dir nur. Das gilt natürlich für euch auch. Wir möchten gerne eure Geschichten und Erfahrungen erfahren zu diesem Thema. Gerne damit in die Kommentare und wenn ihr schon dabei seid, dann lasst uns doch bitte ein Abo da oder ein Like. Dankeschön. Falls ihr noch nicht genug von uns habt, dann schaut doch eine unserer Elternfolgen zum Thema schmerzhafte Trennung mit Ima Luisa und Tuba Atazada. Also eigentlich, das Video ist ja Content pur für uns. Sie haben halt... Also ich sag mal, die Nicoletta ist in manchen Sachen nicht komplett verkehrt, aber die andere, die kannst du direkt in die Tonne hauen, diese Dame. Das ist ja, das ist ja, keine Ahnung, menschlich absolut unter aller Sau oder keine Ahnung, sie hat mega schlechte Erfahrungen gemacht und ein super krass komisches Weltbild. Uff, schwierig. Tschüss. Rudolf Rü förs